Aufnahme. Läuft. Mein Tee ist heiß. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt gerade nichts da, aber ich bin gut hydriert für die nächsten zwei Stunden. Du bist gut hydriert, sehr schön. Handy aus? Ja, es ist zumindest so eingestellt, dass es sich nicht zu Wort meldet und auch keine gefährliche Strahlung aussendet. Okay, Siri, bitte Weltuntergang einleiten. Aber du, die Welt, die steht noch, oder? Weißt du, ich glaube, es geht gerade noch so. Oh, gut. It's the end of the world as we know it It's the end of the world as we know it 12, 11, 10, 9 Ignition sequence start 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engine running Liftoff We have a liftoff Countdown Podcast Folge 56 Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher van der Meyden. Ah, hast du es umgedreht? Ausnahmsweise mal Hast mich drauf angesprochen, jetzt musst du mal Ja, herzlich willkommen zur 56. Folge Gefühlt haben wir ein bisschen länger Pause gemacht, aber tatsächlich liegt die letzte Folge für die Hörer und Hörerinnen gar nicht so lange zurück, weil ich da ein bisschen geschlampt habe mit der Veröffentlichung. Also, ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen schneller bin und dann merken wir gar nicht, dass wir so lange Pause gemacht haben, denn wo waren wir denn? Warum haben wir lange Pause gemacht? Wir waren weit, weit weg da, wo es nicht mal Netz gibt, es sei denn, es stellt sich jemand hin und versorgt die Leute mit Internet im Hunsrück auf dem Podstock, dem, wie war das immer, Podcaster Barcamp Treffen Dingens da, ne? Ja, also, ich nenne das immer Sommercamp für Podcasterinnen, also PodcasterInnen. Ich muss das Gender Gap noch ein bisschen üben, damit ich das sprechen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse das. Ja, aber ist jetzt nicht mehr los. Wir müssen jetzt hier dicht dran gewöhnen. Und genau, da waren sowohl Frank als auch ich. Wir haben dort keine Content-Folge aufgenommen, weil viel zu tun. Dafür haben wir aber eine Folge eines anderen Podcasts aufgenommen, der schon ein bisschen länger nicht mehr gesendet hat, nämlich die Märchen von Übermorgen. Das ist ja ein Projekt, was Frank, ich und der Butler, also der Mirko Gutjahr, gemeinsam vor, ja gut… Reichlich zwei Jahren. Ja, reichlich zwei Jahren gestartet haben, wo wir jede Folge der Raubpatrouille Orion besprechen, eine Science-Fiction-Serie, eine deutsche Science-Fiction-Serie aus den 60ern. Ja, und wie man an der langen Sendezeit merkt, von über zwei Jahren muss es da unglaublich viele Episoden geben. Nein, es gibt genau sieben und wir waren bei Episode fünf, ne? Genau, wir haben vier Folgen produziert und dann aus diversen Gründen hat es sich dann einfach die letzten anderthalb Jahre nicht ergeben. Und jetzt haben wir beschlossen, wenn wir schon alle drei vor Ort sind, dann können wir doch wieder das Projekt aufleben lassen und haben die fünfte Folge, Kampf um die Sonne, besprochen. Und haben uns auch tatkräftig Unterstützung von der lieben Judith geholt, die wir dann auch gleich da behalten haben. Also der hat es anscheinend so gut gefallen, dass sie jetzt auch die restlichen zwei Folgen noch mit uns die Serie zu Ende bespricht. Und vielleicht schauen wir mal, was wir dann danach mit dieser lustigen Truppe anstellen. Unterm Strich, was ihr euch merken müsst, es gibt eine neue Folge Märchen von übermorgen, die ihr anhören könnt. Und wir hoffen, dass die nächste Folge nicht erst in anderthalb Jahren erscheint, sondern dass wir das jetzt zeitig hoffentlich vielleicht noch dieses Jahr zu Ende bringen. Genau, das war der Service-Hinweis für euch. Und wir kommen jetzt zu dem Feedback zur letzten Folge. Weniger inhaltliches, mehr so kommentariges. Der André Heinrichs, also der Kompott, der meinte, er musste bei Nukleares Triebwerk gleich an Project Orion denken. Ja, und so muss das, ne? So muss das, das Project Orion. Hast du ja schon mal vorgestellt hier. Die Älteren werden sich recht erinnern. Ja, ab und zu komme ich mal drauf zurück. Genau. Willst du mal ganz kurz erklären, was das war, so in drei Sätzen? In drei Sätzen. Ein einseitiges nukleares Abrüstungsprogramm, wie es mal beschrieben wurde. Antrieb eines Raumschiffs durch Atombomben. Genau. Und wer das mehr wissen will, der hört sich einfach Franks Grundlagenausführungen zu nuklearer Raumfahrt an, die ihr über zwei Folgen erstreckt euch dargelegt habt. Ich werde das nochmal verlinken, ist mit Kapitelmarken alles so, wie es ist, gehört. Genau. Dann haben wir noch einen Kommentar vom lieben 19 Grad bekommen, der ja ein Patreon-Unterstützer von uns ist. Ähm, und wir haben uns ja bei der letzten Patreon-Unterstützerdanks Vorlesung gefragt, ob das 19 Grad Fahrenheit oder Celsius sind. Ähm, und er meinte, das sind Grad Celsius und bei solchen Fragen merkt man, dass man den richtigen Podcast hört. Äh. Hätten ja auch 19 Grad nördlicher Breite sein können. Genau, oder 19 Grad Kelvin. Eigentlich wäre er dann, ich hab mir, ich hab hier nur mein, mein Mini-Globus, äh, dann wäre er irgendwo auf Kuba, hey. Aber es ist 19 Grad Celsius, ähm, ich frag mich jetzt natürlich, welche, welche Bedeutung, äh, für, äh, 19 Grads Username 19 Grad Celsius haben, ähm, ob das, ob das die Temperatur ist bei dem, keine Ahnung, was passiert denn bei 19 Grad? 19 Grad, zieht man keine Jacke mehr an? 19 Grad, ja, so ungefähr. Äh, die, die einzige Nicht-Meckertemperatur, äh, der Deutschen liegt ja irgendwo bei, ich glaube, 25,8 Grad bis 26,3. Darunter ist es noch nichts richtiges und darüber ist es zu heiß. Ja, obwohl ich, obwohl ich tatsächlich so 19, 20 Grad sogar bevorzugen würde, so ganz persönlich, aber ich bin ja auch kein, kein genormter Durchschnittsdeutscher. Ja, genau. Ja, und dann hatte noch auf, äh, Twitter, hatte ich gestern eine sehr nette Diskussion mit dem, äh, Ingo, Adoschny, ist auch ein treuer Hörer von uns, ähm, der, also es wurde ja, äh, äh, gestern, heute ist ja Tag der Aufnahme, ist der 29. August 2017 und gestern wurde ja die, ähm, die, ähm, die letzt, letztgelandete, Falcon 9 Booster, ähm, der, der letztgelandete Falcon 9 Booster in den Hafen gezogen. und er fragte sich, ob es Bilder von der Bergung gibt, also von wie das zerlegt wird an einem Hafen und es gibt natürlich auf im NASA Space Flight ja, im NASA Space Flight Forum wird das ja immer ausführlich dokumentiert, jeder Arbeitsschritt und ich habe ihm da gleich den Thread verlinkt von, glaube ich, dem vorletzten, wo das so schief gelandet ist, da war ja der Crushcore bis zum Maximum ausgereizt und das werde ich auch nochmal in die Schauen packen, das ist sehr interessant also diese Bilder sind immer hochinteressant, da wird halt auch ganz genau analysiert, okay, da ist es jetzt ein bisschen brauner als sonst, was hat das für Aussagen, also die machen da tatsächlich irgendwelche Astronomie an der Rakete und lesen wie aus den T-Blättern aus den Verfärbungen der Rakete, was mit der passiert ist, das ist sehr lustig damit zu lesen Ja, ist es Ja, die Welt steht noch Ganz kurz, bevor wir es vergessen, wir müssen noch hier unsere Patreon-Unterstützer vorlesen Stimmt Das habe ich jetzt nicht in den Ablauf geschrieben, deswegen Du hast, ja, du hast das nicht in den Ablauf geschrieben, du hast auch nicht die Namen in den Ablauf geschrieben, weil im Prinzip wäre ich ja dran Ja, jetzt mache ich es eben ganz unkompliziert Oh, das ist schon mittlerweile eine sehr lange Liste, also Wir haben einmal Der Johannes Ja, wie man merkt immer noch sehr viele männliche Namen Ich hoffe ja, dass unsere Hörerschaft auch einen guten Frauenanteil hat Und vielleicht Vielleicht gibt es da auch Vielleicht können wir auch den Frauenanteil bei unseren UnterstützerInnen und PatronInnen hochschieben Genau, also vielen Dank für eure Unterstützung Wir freuen uns über jeden jeden Dollar, der bei uns ankommt Achso, bevor ich es vergesse, ich habe noch was über PayPal bekommen Vom Lutz Von der Ariane-Dokumentation Ah, okay Genau, der hat uns noch ein bisschen Geld geschickt Das war genau an diesem Podstalker-Wochenende, wo ich das erhalten habe Ah, okay Vielleicht habe ich es übersehen Aber Auch so, das ist ja egal Wir treffen uns ja hier auch so ab und zu mal Genau, da kann ich dich auf ein Bier einladen Achso, ja, du und Ingo Ja, du und Lutz Er hat mich schon auf deutlich mehr als nur Bier eingeladen Von daher Da ist das einfach nur nicht nötig Ja, nee, aber Apropos Wenn wir schon dabei sind Wenn Zuhörer in Berlin unterwegs sind Und Zuhörerinnen Und Zuhörerinnen Dann könnt ihr euch sehr gerne einfach mal so bei mir melden Da kann man sich sicherlich irgendwo mal treffen Genau, wenn Leute in Tübingen unterwegs sind, natürlich gerne auch Aber ich vermute mal, das wird weniger der Fall sein Ja Ja, Berlin hat ein paar kleine Vorteile, was das angeht Um mal kurz abzuschweifen Du bist ja jetzt auch Puerto Partida-Hörer geworden Ja, ich habe es gestern geschafft, die letzte Folge anzuhören Ja, du hast ja ganz schön Sprint hingelegt Ja, irgendwie Wenn ich schon mal damit angefangen habe Ja Aber ich muss es auch nochmal Ich muss mir das auch nochmal irgendwann nochmal in Ruhe durchhören Weil das war jetzt alles in unterschiedlichsten Situationen Und nicht immer sonderlich konzentriert Ja, auf lange Frist musst du ja irgendwann mal das Rätsel lösen Und dann Bürger werden Ja, aber das letzte Rätsel ist ja Das hatte Einsendelschluss irgendwie 2. August oder so Ja, also ich sage ja langfristig, wenn es dann mal wieder losgeht Dann kannst du dich mal versuchen Ich habe da keine Bedenken, dass du da die Rätsel nicht lösen könntest Äh, ich schon Ja, komm Ja Das hat immer so Das ist alles der Situationsbezogen Du musst einfach den ersten FCPP hören Und bei manchen, da stehe ich halt auch bloß da Wie ist das Schwein vor dem Uhrwerk Wie es halt so ist, ne Geht es den Menschen wie den Leuten Ja Ich glaube, es haben schon Ich habe schon dümmere Leute Oder weniger begabte Leute die Rätsel gelöst Ah, jo Okay Damit beenden wir diese Abschweifung Und auch die Genau, Abschweifung tun wir nachher noch genug Und wir kommen jetzt zu Ja, so einem kleinen aktuellen Thema Ähm, es gibt ja so So einen kleinen Staat Ähm, der hin und wieder Raketen startet Und das finden andere Leute nicht so lustig Ähm, Frank, was war denn da los? Ja, äh, sie berichten vor allen Dingen auch irgendwie etwas merkwürdig immer darüber Ähm, ja, gestern hieß es dann Äh, Nordkorea hätte eine Rakete auf Japan abgeschossen Oder so Dann hieß es, äh, sie ist hinter Japan Ins Meer gestürzt Und zwar irgendwie so komisch formuliert Off the coast of Japan Was eigentlich so impliziert Relativ nah dran Äh, es war irgendwie Über 1000 Kilometer dahinter Und wenn man sich so anguckt, äh, wie die, wie die Flugbahn war Also, äh, zu dem Zeitpunkt war die Rakete Als sie über Japan war Sie war über Japan Aber sie war 550 Kilometer über Japan So heißen höher als die internationale Raumstation ISS Und das klang irgendwie in den Berichten nicht so Aber überhaupt nicht so Du willst also jetzt mir sagen, dass, äh, Nordkorea eine Rakete auf die ISS abgefeuert hat So verstehe ich das richtig Ne, nicht wirklich, weil die war zu dem Zeitpunkt nicht dort Ähm, aber, ja, ich weiß nicht Also, die, die, die Berichterstattung war irgendwie sehr merkwürdig Dann hieß es drei Raketen Daraus wurden dann irgendwann, ja, drei Raketenstufen Äh, naja, wie meine ich Ja, ja Ähm, ja Wieder mal viel Grund gewesen, mich darüber aufzuregen Dann hab ich, äh, nachts um drei ein kleines Modell gebastelt Äh, mit der Flugbahn der Rakete Die haben wir auch fleißig vertwittert Und dann kann sich jeder angucken, wie das Ding geflogen ist Ja, weil ich auch noch mal in den Shownotes vertwittern Ähm, ähm, ja, in den Shownotes vertwittern Schwach sein, in den Shownotes verlinken Äh, ja, ich finde das Übrigens, äh, die, die Flughörer Die Flughöhe eines typischen Flugzeuges Äh, in dem gleichen Modell wäre Ungefähr 60 Mikrometer Okay, und das waren jetzt irgendwie so Zwei Zentimeter, oder wie war das? Also, es waren, es waren ein paar Millimeter Ein paar Millimeter Okay Also, es hätten so, glaube ich, vier Millimeter sein müssen Oder fünf Ja, das, äh, es ging ja auch irgendwie dann Äh, ich hab das gelesen und dann schon irgendwie Ja, die japanische Regierung sagt hier Die Leute in der Region sollen hier, äh, Schutzräume aufsuchen Genau Äh, also man hat das Gefühl, dass das jetzt Krieg ausbricht Ja, obwohl die eigentlich zu dem Zeitpunkt schon sehr lange hätten wissen müssen, dass da Dass das Ding auf jeden Fall irgendwie tausend Kilometer dahinter erst ins Meer stürzt Weil so eine Rakete fängt an zu fliegen und dann fliegt die halt weiter Und du kannst nicht irgendwie rechts ranfliegen, weil du hast noch nicht mal Atmosphäre, um irgendwie abzubremsen Ja, also ich, ich will, ich würde mal, ich würde mal vielleicht sagen, dass, ähm, dass vielleicht Nordkorea das nicht, also die, die müssen ja auch gewusst haben Sie hätten es kommunizieren müssen Äh, ja, das stimmt Vielleicht haben sie es auch, vielleicht haben sie es auch getan Und es hat bloß keiner gesagt, dass sie es getan haben, wer weiß Äh, die Südkoreaner haben auch, äh, irgendwie drei Raketen, äh, getestet Und kurz danach hat Nordkorea auch drei Raketen getestet, äh, über das eine wurde berichtet, über das andere nicht Ja, klar, dass da, also ich, ich würde schon mal, ich würde schon mal behaupten, dass es, dass es eine Art Provokation oder Reaktion von Nordkorea war Also dass sie die, diesen Effekt, den sie damit hatten, also dass, dass, äh, dass sie hier eine, eine Machtdemonstration vielleicht auch gegenüber Japan gezeigt haben Muss nicht unbedingt, muss nicht unbedingt eine Reaktion oder auch was gewesen sein Ja, aber es geht ja darum, wie geht man damit um, also sagt man jetzt hier, hier, böses, böses Nordkorea Also ich finde schon, dass du damit recht hast, dass, dass, äh, auch, also dass auch Südkorea Drohgebärden oder, oder, oder Machtdemonstrationen gegenüber Nordkorea zeigt Das ist natürlich auch ganz klar, ähm, aber ich würde mal auch behaupten, dass, also, dass, dass da auch ein ähnlicher Hintergedanke bei Nordkorea hinter war Ja, natürlich, ähm Es geht ja darum, dass man sowas gleichwertig wird Ich wünsche mir einfach bloß, ich wünsche mir einfach bloß eine vernünftige Berichterstattung Weil kurz danach kam gleich von CNN eine Grafik, äh, mit der ungefähren Flugbahn Und diese ungefähre Flugbahn führte zufällig, äh, wirklich quer über Hokkaido Also es hätte keine Flugbahn gegeben, bei der die Flugbahn noch länger, noch mehr Strecke über Hokkaido geflogen wäre Und da war irgendwie sofort klar, äh, dass, wenn das schon ungefähr dahinter steht, das wird sie dann wohl nicht sein Und das ist dann mit Absicht so gemacht worden, dass das halt möglichst bedrohlich aussieht Ja, und dann gab's ja nochmal neue Schaubilder, wo es nur so dieses eine Kapp gestreift hat, also Genau, ja Von der Flugbahn, ja Und das sind, das sind die Nachrichten von Japan selbst gewesen Ah, okay Irgendwie Ja, ich mein, hm, man steckt jetzt auch nicht drin, also ich glaub, wenn Man steckt nicht drin, nee Ja, nee, vor allem Ich wünsche mir einfach bloß, ich wünsche mir einfach bloß eine vernünftige Berichterstattung, dass man weiß, woran man ist Ja, aber ich kann auch verstehen, also wenn wir jetzt dort wohnen würden, dann, äh, also hätte ich wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl dabei Ja Also wenn, 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 wenn wir jetzt in Hokkaido wohnen würden Dann würde ich, dann würde ich ja erst recht, dann würde ich erst recht eine vernünftige Berichterstattung Ja, ja, das stimmt, aber Und nicht hier irgendwie Angst machen Ja, nee, aber ich kann auch verstehen, dass, 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 ja, nee, aber ich kann auch verstehen, dass das dann nochmal ein anderes Gefühl ist, wenn man halt Auf jeden Fall Mit dieser Bedrohung auch lebt, also wir haben ja in Deutschland nicht das, äh, direkte Risiko von Nordkorea beschossen zu werden Es ist ja nochmal eine andere Geschichte in Japan und Südkorea Ja Es ist ja genau das gleiche wie, ähm, ich habe jetzt erst so eine Dokumentation über, über diesen ASF gesehen, also, und da ging es auch darum, ähm, ist nochmal anders, wenn man den Nahostkonflikt irgendwie von Deutschland auslösen will Oder wenn man Der ASF Achso, ähm, also ich habe da einfach eine AD-Dokumentation gesehen und, äh, ging es halt auch darum, ist nochmal eine andere Geschichte, wenn man den Nahostkonflikt von Deutschland auslösen will, wenn man da halt irgendwie am, am Küchentisch sitzt und mit anderen Leuten diskutiert oder wenn man halt wirklich vor Ort ist Ja Und, äh, ich denke, wenn man halt in Südkorea oder auch Nordkorea oder in Japan lebt, also Länder, die unmittelbar nebeneinander liegen, dann denkt man vielleicht auch über das Problem nochmal anders Aber du hast natürlich schon recht, also ich, ich würde mir auch irgendwie eine, eine kühlere Berichterstattung in dem, in dem Bereich wünschen, du bist ja auch nur ein bisschen ein gebranntes Kind, was, was Nordkorea angeht Ja, und, ja, also wie gesagt, man merkt halt, dass da auch mit Absicht, äh, angeheizt wird Und, äh, ja Ja Aber wie gesagt, es geht besser, es geht einfach besser, weil einfach bloß, einfach bloß abwarten, Informationen dann nehmen und wenn sie kommen und nicht, und vor allen Dingen nicht mit Absicht, äh, irgendwie, äh, möglichst bedrohliche Nachrichten konstruieren, was hier ja passiert ist Ja, ja, gut, ähm, aber ich glaube, ich glaube, damit können wir, also es gibt ja auch jetzt keine neuen Erkenntnisse der Roubaix hinaus, oder? Man weiß jetzt nicht, was für eine Rakete das war oder, oder wozu sie gezielt hat Sie ist eine Tebodong-12-Rakete, ähm, war auch nicht der erste Test, die hatten davor schon eine Reihe von Tests gehabt, äh, aber die haben sie nicht auf, auf Weite gemacht, sondern auf Höhe Und von daher wusste man schon, okay, die haben eine Rakete gebaut, die, äh, eine entsprechende Reichweite von ein paar tausend Kilometern hat Und das war jetzt halt der erste Flug von der Rakete mit halt tatsächlich, äh, einer gewissen Reichweite Ja, ja Äh, aber ich glaube, wir können jetzt auch das Thema dabei abschließen Genau Ging ja entfernt um Raumfahrt, von dem her haben wir gedacht, nehmen wir das kurz rein Ja, also im Prinzip hätte man auch sagen können, nicht, äh, die Rakete ist über, über Japan geflogen, sondern man hätte auch sagen können, ja, sie ist, äh, über Nordkorea in den Weltraum gestartet worden und ist hinter Japan wieder in die Atmosphäre eingetreten Ja, genau, also man würde ja auch nicht sagen, die ISS tritt in den japanischen Luftraum ein Genau Ja Ähm, gut Ist natürlich jetzt, ist natürlich, äh, um das klarzustellen, also die, äh, dieser Ausdruck wäre natürlich genauso, ähm, grenzwertig gewesen, ne Jetzt zu sagen, ja, sie ist da in den Weltraum geflogen und da wieder runtergekommen, ist genauso grenzwertig wie zu sagen, äh, es fliegt drüber Aber naja, ne Ja Gut, ähm, dann kommen wir jetzt zu unseren Hauptthemen, äh, und da steht uns eine neue Sayus, ähm, ist das, ich, ich, dummerweise, weil, ist das jetzt die Rakete oder ist es das Raumschiff von, von was wir reden? Das, äh, ich glaube, dass die letzte Version vom Sayus Raumschiff ist, äh, draußen Das ist doch die, ähm Die aktuelle MS MS, ah, genau Aber, ja, genau, MS, stimmt, da hatten wir auch schon drüber geredet, aber wir reden jetzt über eine neue Sayus, äh, Rakete Ja Das hat damit zu tun, dass halt, wie gesagt, äh, Sayus, äh, das Raumschiff geht jetzt in die letzte Iteration Danach, äh, kommt Föderazia, das neue Raumschiff der Russen Also von, was heißt denn so, Sayus Einheit oder sowas? Ja Also zu einer, von der Einheit zur Föderation Ja Ja, okay, es ist ja auch nicht mehr Sowjet, äh, also Sowjetunion, sondern ist ja jetzt russische Föderation, also Genau so ungefähr Wenn man nach dem Gedanken geht, Wurzzeit Ja, äh, ich meine, gut, so politisch ist das natürlich auch, also, äh, gerade so im Ukraine-Konflikt haben sich ja viele noch als Sowjetbürger, äh, identifiziert dort, ne? Ja, ja, auch wenn ich glaube, dass, äh, die Ukraine so, ich meine, da hat ja Stalin einfach mal die halbe Ukraine verhungern lassen, absichtlich Ja Ja, die Englander haben ja Irland auch irgendwie verhungern Ja, die Englander haben, haben auch, äh, im Zweiten Weltkrieg auch, äh, die Inder verhungern lassen Das auch Ah ja, äh, nee, stopp, Schluss Ja, ja, ja Wir wollten nachher noch, ich will nachher noch mit Geschichte abschweifen Okay Ähm So, äh, ja, auf jeden Fall, das Ding wird schwerer, äh, erheblich schwerer, mehr als doppelt so schwer Du musst erst mal sagen, es geht um die Sayus Fünf Ja, also sollte ursprünglich mit der Angara 5 gestartet werden, Federasia Aber, äh, die, die Personentransporter-Version der Angara 5, die Angara 5P wurde irgendwie eingestellt, äh, die Entwicklung wurde eingestellt Ich weiß es nicht genau wieso Hat möglicherweise was damit zu tun, dass der, ähm, dass Wostojni, also der, der östliche Raumflughafen, äh, doch sehr hinterm Plan zurückgefallen ist Nach diversen Geldschwierigkeiten, äh, Streiks, Korruption und, äh, allem drum und dran Und, äh, von daher natürlich auch die, auch die Raketen dann etwas später starten Und du brauchst halt, äh, ja, brauchst halt entsprechend eine zuverlässige Rakete, die das Ganze startet, ne Und wenn du keinen Ort hast, von dem aus du die starten kannst, dann hast du, dann fehlt dir die, die Erfahrung damit, jada, jada, ne Also hat man irgendwie entschlossen, äh, dass man, äh, eine andere Rakete benutzt Und, äh, die nennt man jetzt einfach Soyuz 5, Punkt Erweckt Vertrauen oder so, ich hab keine Ahnung Ähm, und, äh, die hat mit der Soyuz-Rakete relativ wenig zu tun Äh, relativ wenig heißt, äh, ein Bauteil ist noch das gleiche geblieben, nämlich, äh, das Triebwerk der Oberstufe Das wird wieder das RD 0124 sein Äh, das derzeit auch schon mit der Soyuz fliegt Aber es wird nicht nur eins sein, sondern gleich zwei davon Uiuiuiui Ja, brauchst mehr Schub Was willst du machen, ne Ähm, okay, das ist die Oberstufe Ähm, da drauf kommt dann das, äh, kommt dann das Raumschiff und, äh, alles Picobello Ähm, es ist jetzt eine etwas merkwürdige Oberstufe Weil dieses RD 0124 Triebwerk Ähm, hat alleine schon, äh, vier Brennkammern und vier, äh, Düsen Bei zwei Triebwerken oder wie? Wenn du jetzt, nein, bei einem Achso, bei einem, hä? Wenn du jetzt zwei davon verbaust, hast du acht Vier Düsen? Ich, also, okay, ja, reden wir weiter Ah, du, du hast halt, ähm, so ein Raketentriebwerk besteht ja nicht nur aus den Brennkammern und aus den Düsen, sondern auch aus den, aus den ganzen Pumpen und den ganzen Kram Und hat halt bloß eine Pumpe, aber diese eine Pumpe, äh, pumpt halt den Treibstoff, äh, in alle vier Brennkammern rein Hat den großen Vorteil, dass man, äh, weniger Probleme hat mit irgendwie, äh, Vibrationen und so weiter Also mit, äh, die, die Verbrennung ist einfach stabiler In einer kleinen Düse Erstens Und zweitens, äh, in einer kleinen Düse, in einer kleinen Brennkammer Äh, und zweitens, wenn du eine, eine kleinere Brennkammer hast, brauchst du eine kleinere Düse Eine kleinere Düse, äh, da geht's ja immer bloß darum, äh, du hast einen kleinen Durchmesser an der einen Seite und einen großen Durchmesser auf der anderen Seite Ähm, und wenn du so ein gegebenes Verhältnis hast, von 1 zu irgendwas, äh, was weiß ich, 1 zu 120 oder so Ähm, dann musst du einer bestimmten Form folgen Und umso größer die, die Düse wird, umso länger wird die dann auch Und wenn du jetzt anstatt von einer Düse vier Düsen hast, dann kannst du die viel, viel kürzer bauen Und hast trotzdem noch das gleiche Expansionsverhältnis und die gleiche Effizienz Weil die sich, weil die Düsen sich untereinander addieren, oder wie? Ja, weil du halt die nebeneinander baust Also du kannst, also vier kleine Düsen haben die gleiche Wirkung wie eine große, oder das ist Genau, also die, du hast halt vier, vier Düsen an vier kleinen Brennkammern, die jeweils ein Viertel von dem Schub leisten, den eine große Brennkammer hätte Ja, aber die große Brennkammer bräuchte halt eine große Düse Ja Wie man ja so beim, beim Merlin-Triebwerk oder sowas sieht, ne, dieses Merlin-Vakuum-Triebwerk hat ja eine riesengroße Düse hinten dran Und das umgehen die damit, dass sie halt einfach acht kleine Brennkammern haben und acht kleine Düsen, die trotzdem ein sehr ordentliches Expansionsverhältnis haben und damit ziemlich effizient sind Und dadurch hast du eine sehr kurze Oberstufe Ja Und kannst die, kannst die Rakete halt insgesamt etwas kürzer bauen So, ähm, das ist der obere Teil Was ist drunter? Naja, drunter, äh, ist etwas, das sehr stark an die Zenit-Rakete erinnern wird Okay Die Zenit-Rakete ist, äh, eine Rakete, die wurde mal eingeführt in den 80er Jahren, ich glaub 86 oder 85 oder so, äh, von der Serviett-Union, ähm, und besteht im Wesentlichen aus dem Booster, der dann später der Booster von der, äh, von der Energia-Rakete geworden ist, mit der der Boran gestartet ist Ne, und die hat ja so, so vier Wasserstofftriebwerke in der Mitte, in der Hauptstufe und ringsherum dann noch vier, äh, Booster-Raketen Ja So ähnlich wie Space Shuttle Und diese Booster-Raketen, die hatte man davor schon als normale Rakete getestet Ah, okay Das ist die Zenit-Rakete Ähm Also die Zenit-Rakete war dann sowas, was, was die Space Shuttle-Booster, also wenn, wenn, wenn man sich vorstellt, die Space Shuttle-Booster wären richtige Raketen Ah, okay Genau, was ja, was ja auch mal geplant war Diese Ares-1-Rakete sollte ja genau das sein Ah Ne, da sollte unten so ein Booster sein, oben noch eine Oberstufe drauf, äh, da drauf noch ein Raumschiff und, äh, alles doll Äh, hat man nicht gemacht, weil zu dumm Egal, äh Wurde ja dann gleich von Obama eingestellt, oder? Dieses Ares-Programm Ja, das war das, äh, wie hieß das Ding, Constellation, ne? Ja, das war ja dieses Busch-Ding, das nach, äh, Challenger, Columbia Genau, ja, äh, Columbia Ja Columbia Ja, genau Jo Ähm, jedenfalls, äh, so ein Booster, okay, das Triebwerk ist ein kleines bisschen anders, kann in zwei Richtungen geschwenkt werden, bei dem Booster konnte man es bloß in eine Richtung schwenken, aber, äh, ja, egal Letztendlich ist es ungefähr das gleiche Triebwerk und das Triebwerk, um das es geht, ist das RD-171-Triebwerk, das stärkste Ding, wo es gibt, äh, abgesehen vom Space Shuttle Booster, der hatte noch mehr Schub, ansonsten ist das halt echt so, dass das, 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 das Also, also, das ist das stärkste Ding, das ist das stärkste Ding, das es gibt, war da nicht die Amerikaner, die da so sagen, ah, nee, wenn man das anders irgendwie rechnet, dann haben die irgendwie einen Stärken? Genau, weil die haben auch vier Brennkammern Wer? Die RD-171-Triebwerke Und was, was halten die Amerikaner nochmal dagegen, jetzt habe ich Äh, das F1-Triebwerk von der Sakon-Rakete, das halt nur eine riesengroße Brennkammer hat Nicht sehr effizient, irgendwie ein komisches Ding, wo man lange gebraucht hat, bis das, äh, stabile, eine stabile Verbrennung hatte Und die Russen haben halt gesagt, ja, äh, den Scheiß tun wir uns nicht an, wir bauen die einfach kleiner und bauen dafür vier davon War das nicht so, dass, dass man die F1-Triebwerke nicht testzünden konnte, vorm Start? Weil das, weil das, äh, das, der Treibstoff die Triebwerke zerstört hat? Nee, nee, das waren andere, das waren andere, äh, ah, das Nicht die Atlas-Rakete, die andere Die Mercury Redstone? Nee, nee, auch nicht, äh, Gemini-Programm, mit was sind die geflogen? Ich komm grad nicht drauf Titan-Rakete Ah, Titan, okay, die konnte man nicht testzünden Ja, genau Okay Ich war jetzt kurz am überlegen, wie, welche, welche Raketen gab's alles noch? Ja, ähm Ja, jedenfalls, ähm, das Problem mit diesen, mit diesen Zenith-Raketen ist, äh, die wurden nicht nur in Russland gebaut Und damals war das scheißegal, da wurde halt noch ein Teil davon in der Ukraine gebaut Mhm Die Triebwerke der ersten Stufe kamen aus Russland Äh, die Tanks und alle Strukturen, die kommen von Justmasch aus der Ukraine Ja Die Oberstufe von der Zenith-Rakete, äh, mit RD-120-Triebwerk und einem RD-8-Triebwerk, äh, kamen auch aus der Ukraine Und, äh, das wurde alles nicht mehr gebaut Beziehungsweise, das ist jetzt halt, es kommt aus der Ukraine und ist damit, sagen wir mal, politisch etwas sensibler geworden Und jetzt muss man das halt alles in Russland bauen Äh, ja, und das, dafür hatte man natürlich keine Anlagen und nix, ne? Äh, witzigerweise gibt es jetzt wohl doch irgendwo gerüchteweise einen Deal, dass, äh, die Ukraine doch wieder zwölf Zenith-Raketen für, äh, an Russland verkauft Weil Justmasch natürlich jetzt ein Problem hat, äh, irgendwie alle Abnehmer sind weg Ne, äh, die, die Vega-Rakete soll irgendwie umgestellt werden auf, äh, auf, auf, äh, eine, ja, auf ein Methantriebwerk irgendwann, das dann halt ein deutsches ist Aber die AWOM-Rakete, also erstmal kommt jetzt diese AWOM-Oberstufe und AWOM-Plus kommt auch noch für die Vega-Rakete, aber dann kommt irgendwas anderes Und, äh, aus der Zyklonen-Rakete, ob daraus noch was wird, das muss man abwarten Also, die, es gibt eine, äh, durchaus ganz gute, äh, ukrainische Raumfahrt, äh, Industrie, aber die liegt halt zur Zeit ziemlich brach Und da, äh, kann es durchaus sein, dass da politische Kompromisse eingegangen werden Ah, okay, also Wirtschaft vor Politik Genau, so ungefähr Ähm, ja, äh, ich bin heute etwas, irgendwie etwas thematisch durcheinander, ne? Ja, aber zurück zum roten Faden Zurück zum roten Faden, äh, jedenfalls wollen jetzt die Russen letzten Endes das nachbauen Die Zyklonen-Rakete, also die erste Stufe zumindest, weil Haupttriebwerk haben sie ja Äh, einen Tank wird man irgendwie konstruieren können Und die zweite Stufe baut man halt mit, äh, dem RD-104, 0-124-Triebwerk und nicht mit dem, mit dem 120er Ähm, das halt auch aus Russland kommt und damit, äh, sollte das alles gehen Wird natürlich alles eine komplett neue Rakete Raketen sind keine Lego-Bausteine Äh, muss also alles getestet werden, braucht alles ein paar Jahre Soll, glaube ich, äh, wann war das? Was ist 2022 oder 2021 das erste Mal fliegen? Irgendwas um den Dreh? Ja, also 2022 erster Testflug und 2024 erster, ähm, äh, äh, Crude Bemannter Bemannter Start Ja, genau Und, äh, ja, das ist dann halt so, so Stand der Dinge Ähm, was die Rakete auch noch tun wird, ist die Angara-3-Rakete, die auch nicht weiterentwickelt wurde, äh, zu ersetzen als, ja, so, als so, so mittelschwere Rakete für alles, was für die Angara-5 zu schwer wäre Mhm, okay Ähm, aber die Soyuz-5-Rakete wird dann kein Soyuz-Raumschiff mehr beherbergen, sondern ein Federatia-Spacecraft-Raumschiff Genau, ja Aber wird halt den, den, äh, alten Namen der Soyuz-Raketen irgendwie weitertragen Ja, gut Es gibt ja auch noch die, die Soyuz-2-1-V-Rakete, äh, was irgendein russischer Buchstabe ist, der nicht V heißt Ich hab keine Ahnung, welcher Müsste ich jetzt 10-2-1-V Ja, das ist ganz bestimmt irgendein anderer im, im, im Alphabet Ja, ja, ich hab jetzt da Wahrscheinlich das, der dritte, was ist denn der dritte Buchstabe im russischen Alphabet? Wahrscheinlich ist es der, äh, im juridischen, ja Das kann ich ja gerade noch so Es gibt ein, es gibt ein Buchstabe, der sieht aus wie ein lateinisches B und das wird wie ein W ausgesprochen Und dann gibt es noch Ah, okay, vielleicht, vielleicht ist es das, ja Und dann gibt es noch so ein, so ein kleines B mit Dächchen und das ist dann das B Das ist ganz lustig, weil das, äh, das kyrillische, jetzt schweife ich ganz, mal ganz kurz ab, das kyrillische Alphabet kommt ja vom griechischen Alphabet Ja, das, das ist das B, es ist das B, das ist so ein kleines V, ja Genau, ähm, das kyrillische Alphabet kommt ja vom griechischen Alphabet Ja Und das B, äh, also das V sieht aus wie ein B im kyrillischen, weil, ähm, neugriechisch werden alle Beta-Buchstaben mit V ausgesprochen Also im neugriechischen heißt es nicht Bibliothekos, sondern Bibliothekos Und deswegen gibt es im russischen ein V, was aussieht wie ein B Ach Gottchen Genau Die Griechen sprechen auch das Gamma nicht mit G aus, sondern mit J Deswegen, ähm, heißt es eigentlich nicht Gyros, sondern Gyros Mhm, wieder was gelernt, gell? Ja, das wird alles noch viel komplizierter, als ich dachte, äh, egal Ähm, ja, auf jeden Fall, also es gibt halt drei Soyuz-Versionen, ne, die, die 2.1a, 2.1b und 2.1v Was im griechischen Alphabet einfach bloß die dritte Variante ist Und die hat ja, äh, zur Zeit das NK33-Triebwerk unten drin Ja Einfach bloß und ohne Booster Und, äh, als Alternative das RD-193-Triebwerk Was eine vereinfachte Variante vom RD-191-Triebwerk ist Irgend so was Also, äh, ganz komisch Wird denn die, ähm, die klassische Soyuz-Rakete mit den Boostern über 2024 hinaus benutzt? Ich fürchte nicht Also, na, wahrscheinlich noch ein bisschen so, ne, irgendwie, um sicherzustellen Dass man auf jeden Fall noch ein, äh, noch eine Alternative hat, falls es nicht klappt oder so Oder als, falls es Probleme gibt mit der Rakete oder mit dem Raumschiff oder so Aber ich glaube ansonsten, dass das dürfte, ist dann langsam aber sicher gewesen sein Also verlieren wir diese ikonische Raketenform mit Korolevs Kreuz und allem Ja, äh, ich meine, es ist, also die, die, die Spatzen pfeifen es seit Jahrzehnten von den Dächern Ja, ich glaube, wenn die, wenn die Sowjetunion nicht geschaltet wäre, hätten wir wahrscheinlich schon viel früher verloren Ja, ja, also Es ist halt, äh, die, die ganze Form von dem Ding stammt ja noch aus einer Zeit, als man, äh, gedacht hat, man müsste das so machen, um irgendwie den Luftwiderstand in den Griff zu bekommen Und dann hat sich sehr bald danach herausgestellt, dass das gar nicht nötig ist Ähm, ja, aber es ist halt schon, es ist irgendwie schon so ein Es ist sehr, sehr schade Also so ein bisschen, wie Space Shuttle halt aussah, ist so einzigartig Und dann gab's halt diese Jus-Rakete mit ihren, mit diesen, äh, geschwungenen Boostern Ja, äh, was, äh, ich, ich liebe dieses Ding auch, aber es macht halt von, von der Technik her überhaupt keinen Sinn Ja, es ist ja, ist es ja, aber die, die Raumschiffe, diese Raumschiffe, die könnten wir ja auch noch theoretisch analog fliegen, oder? Da ist ja nur die digitale Funktionsweise drüber gebaut worden Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, äh, will ich mich sicherheitshalber nicht dazu äußern, weil hab ich mich, äh, genau damit Ja, also jedenfalls, es tut sich was in der russischen Raumfahrt Und, äh, gut, wir können auch ohne, ohne Space Shuttle leben Können wir auch ohne, ohne Soyuz-Booster-Rakete leben Ja, ähm, die genaue Form, wie das dann alles aussieht, das wird, glaub ich, im November vorgestellt werden Mhm, okay Ähm, was, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist, äh, die ist natürlich mehr oder weniger kompatibel zur Zenit-Rakete Und die Zenit-Rakete wurde ja auch schon bei Conor gestartet Und die dürfte dann, und die Soyuz-5 dürfte dann halt von den gleichen Startrampen starten Ah, aber auch von einer anderen Startrampe, äh, nämlich von der von Sea-Launch Sea-Launch is back Ja, seit, äh, den 90er Jahren geistert ja diese Firma ab und zu mal herum Äh, sie geistert in den Weltmeeren herum, weil Sea-Launch, äh, ist ein, ein komisches, äh, Konglomerat gewesen Das nach dem Zerfall der Sowjetunion nur entstehen konnte Ähm, und zwar aus einem russischen, ukrainischen, norwegischen und US-amerikanischen, äh, Anteil jeweils Äh, was haben die alles gemacht? Also die, die Amerikaner haben das Geld geliefert Äh, da ist Boeing beteiligt gewesen Ähm, die Norweger haben eine Öl, eine Ölbohrplattform geliefert, ähm, die mit einer Startrampe für eine Zenit-Rakete ausgestattet wurde Die, äh, Ukrainer und die Russen haben die Zenit-Raketen geliefert Und, äh, damit wurden einige Raketen gestartet Die haben über 30 Starts gemacht, äh, davon drei Fehlstarts, glaube ich Und diese drei Fehlstarts waren teilweise sehr spektakulär Mindestens einer davon, äh, was das schlechteste Werbevideo aller Zeiten ergeben hat Ja, ich, ich kenne das Video, äh, wo dann die Rakete explodiert und dann wird sofort natürlich das Logo der Firma eingeblendet Ja, weil, weil halt irgendwer gesagt hat, oh, verdammt, das Ding ist explodiert, brecht sofort den Livestream ab Und keiner hat dran gedacht, dass in dem Moment sofort ganz riesengroß dieses Logo von der Firma eingeblendet wird Aber ich glaube, das war nicht der einzige Grund, warum die gescheitert ist Äh, naja, doch, äh, im Prinzip schon, weil, weil, äh, das war, glaube ich, der erste oder zweite Fehlstart erst Ja, nee, aber Und die hat halt erst mal sehr nachhaltig, sehr nachhaltig die, die Plattform zerstört Ah, okay Und das war halt, äh, das war halt erst mal, äh, nicht, nicht, nicht völlig zerstört, aber halt so stark beschädigt, dass sie halt erst mal, äh, ja, ne, sehr aufwendig repariert werden musste Sehr lange außer Gefecht gewesen Dann halt die üblichen Unsicherheiten mit, äh, ja, wollen wir die Rakete jetzt noch weiter benutzen, jada, jada Was war jetzt die Ursache davon, was muss man da, was muss man ändern, damit es nicht nochmal passiert Und so weiter Und, äh, ja, das war so, das war schon so der, der Auslöser für den ersten Bankrott Den ersten Bankrott Gab da noch mehr, oder wie? Es gab noch mehr, jaja Irgendwann zwischendurch waren sie jetzt in, äh, äh, Boah, irgendwie, da war eine Schweizer Gesellschaft beteiligt, dann war eine russische, dann wurden sie jetzt vor kurzem an eine, äh, an eine Fluggesellschaft, eine russische Fluggesellschaft, glaube ich, verkauft oder irgend sowas Also, äh, sehr merkwürdige Geschichte alles, alles hat jetzt, äh, äh, hat sehr lange gebraucht, äh, es gab auch ein, ein rechtliches, äh, Tauziehen mit Boeing Wer wie viel bezahlen muss für das Kommandoschiff, das daneben noch geschwommen ist Und, äh, also, äh, die Rakete wurde halt von der Insel gestartet, aber irgendwie alle Überwachung und so weiter, Kommunikation wurde von Sea Commander oder so hieß dieses Schiff, äh, übernommen Und, äh, das hat natürlich auch jemand gebaut und, jaja Wann hat natürlich auch alles Geld gekostet, das muss dann irgendwie alles noch vor Gericht und hat sich jahrelang hingezogen und, ja Wie das halt so ist, ne? Jedenfalls, äh, die Soyuz 5 Rakete, äh, ja, benutzt das gleiche Triebwerk Bisschen verbesserte, vereinfachte, billigere, äh, eventuell etwas schubstärkere Variante davon Aber so im Prinzip das Gleiche Und wird, äh, auch von dort aus starten können Und, äh, ja Ja, wie gesagt, äh, in der Zwischenzeit, äh, soll es Gerüchten zufolge, äh, wieder Zenitraketen geben, die dann halt von der Ukraine geliefert werden Aber ist halt dann auch so alles auf Zeit, ne? Ja, und, äh, von, von der soll auch, also, soll dann auch Soyuz 5 gestartet werden, aber bemannt oder nicht bemannt? Äh, unbemannt Also es wird eine bemannte Variante geben, wo man dann halt ein bisschen mehr auf Sicherheit und so weiter achtet Und, äh, eine unbemannte halt für normale Satellitenstarts Okay, und, äh, die bemannten dann weiterhin von Baikonur aus? Jo, genau Ähm, gut, dann können wir ja Und, ja, im Baikonur ist man dann halt auch, also in, in, nicht im Baikonur, äh, in, ringsrum, in Kasachstan ist man dann relativ froh, dass recht bald die Protonrakete irgendwann abgelöst werden soll Okay, wieso? Weil, äh, naja, weil die, die Protonrakete ist halt genauso wie die chinesischen Langmarschraketen, äh, 1 bis 4 ist halt, äh, mit, mit UDMH und so weiter, also mit relativ giftigen Treibstoff Ah, ja Der nicht komplett verbraucht wird beim Flug, ne, weil du hast immer so einen Rest von einem halben Prozent oder so Und die kommen halt irgendwie wieder runter Und so ein halbes Prozent sind halt mal eben so zwei Tonnen, äh, äh, unsymmetrisches Dimethylhydrazin oder sowas Oder eine Tonne Und der Rest ist dann, äh, äh, Stickstoff, Tetroxid Und das will man, will man nicht im Garten haben? Nee, genau, äh, okay, Gärten sind jetzt in der, in der kasachischen Steppe nicht allzu verbreitet Aber man will es halt trotzdem nicht haben Ja Ist auch sehr gut verständlich Also dann wird das so eine Allround-Rakete oder wie ist das? Ähm, naja, so halt so eine mittelgroße, mittelgroße halt, äh, ja, für bemannte und unbemannte Flüge Alles, was noch größer ist, macht dann die Angara 5 Und es gibt so Pläne, äh, seit einer halben Ewigkeit allerdings Und, äh, ob die finanziert werden, ist die dritte Frage Ähm, dass man auf der gleichen Basis dann in der richtigen Zeit Richtig große und schwere Rakete baut Also die, die Angara 5-Rakete kennt man ja, äh, hat so, äh, ein, also besteht so aus diesen universellen Raketenmodulen oder so Ähm, und davon werden für die Angara 5 als 5 dieser Module nebeneinander gebastelt Äh, eins in der Mitte, vier als Booster Und das gleiche könnte man natürlich auch mit der, mit der Soyuz 5-Rakete machen Und hat dann halt eine richtig, einen richtig großen Klopper Der dann mal eben 100 Tonnen Fracht, äh, in Orbit bringen kann So Pläne gibt's, werden schon seit längerer Zeit diskutiert Ob das jemals finanziert wird, ist eine zweite Frage Hängt halt alles davon ab, äh, ja, wie sich halt die Wirtschaft entwickelt Wie es Politik entwickelt Ja, ne, das üblich halt Derzeit sieht's eher nicht dann aus Okay Ja, gut, äh, äh, ich weiß nicht, wie es gerade im Rubbel geht Aber russische Wirtschaft ist ja auch nicht so rosig Zurzeit Ja Ja, auch schon seit längerer Zeit nicht, halt wegen Erdölpreisen und so, ne Mhm Gut Ähm, die, äh, die ganze Soyuz 5-Geschichte Kommt ja daher, dass man auch kein Geld mehr hatte, ne Also man, man hat ja noch wesentlich, äh, wesentlich komplexere Pläne gehabt Äh, es gab mal ein Soyuz 5-Konzept mit, äh, einem, boah, wie hieß das Ding Ich glaub, RD-0146 oder RD-146-Triebwerk Das Methan betrieben sein sollte Äh, aber solche Extravaganzen hat man dann jetzt doch lieber sein lassen Und gesagt, wir nehmen vorhandene Technik, damit das Ganze billiger wird Okay Dann war's das, glaub ich, jetzt zu Soyuz 5, oder? Ja Und Jedenfalls hatte mich bei dem Thema diese, äh, Sea-Launch-Geschichte, äh, darauf gebracht, dass es, äh, nicht das erste Mal war, dass, äh, dass Raketen vom Meer aus gestartet wurden Ja, jetzt, äh, musst du kurz, also wir machen jetzt so eine Art Grundlagenthema, oder? Genau Ich hab's noch nicht ganz verstanden, was du jetzt Das war das nächste, das war das nächste Thema Ja, äh, du, du willst immer so, so, so elegant überleiten, aber wir müssen ja irgendwie die Leute erklären, was jetzt passiert, damit die nicht völlig verwirrt sind Ja, wollte ich auch machen, aber, ähm, wie gesagt, irgendwie, ich, ich hatte gedacht, ah, ich will noch ein anderes Thema besprechen Und ich kam darauf, äh, halt, wie gesagt, dadurch, dass die Sea-Launch ja von, vom Meer ausgestattet werden, noch dazu von der Ölbohr-Plattform Kam mir in den Sinn, sowas gab's schon mal Auch davor schon, und zwar vor der afrikanischen Küste Betrieben von, äh, den Italienern Und, äh, darüber wollte ich dann mal reden Tja, dann mach das doch Tue ich, ähm, ja, es gibt, äh, die schöne kenianische Stadt Malindi Malindi, äh, war mir tatsächlich davor schon Begriff, äh, aufgrund einer ganz anderen Geschichte, äh, nämlich, äh, als damals Vasco da Gama Äh, in portugiesischen Diensten, äh, um die Welt gesegelt ist, um den Seeweg nach Indien zu finden Ist er ja einmal um, äh, Afrika ringsherum gesegelt Und, äh, dann nach Indien weiter Und wenn man in die Geschichtsbücher, äh, guckt, dann ist da halt einfach bloß so eine Seeroute Und plötzlich biegt er nach rechts ab und kommt irgendwie nach Indien Äh, die Stelle, wo er nach rechts abbiegt Das ist Malindi Weil in Malindi ist er, äh, äh, an, äh, an Land gegangen Äh, nachdem er in einer anderen Stadt, ach, viel größere, viel bekanntere Stadt War es Nairobi oder so, äh, ja, jedenfalls nachdem er da irgendwie abgewiesen wurde Äh, ist er in Malindi an Land gegangen, hat sich dort ein Navigator gesucht Und, äh, der hat ihm dann den Weg nach Indien gezeigt Also den hat er nicht von alleine gefunden, sondern der hat einfach sich durchgefragt Wo geht's denn hier nach Indien? Hat sich durchgefragt Ja, da hat sich einen Lotsen gesucht, ganz einfach Hat sich nach Indien durchgefragt Also so ein bisschen wie, also so, Vasco da Gamma sucht einen Seeweg nach Indien, so, äh, Napoleon erobert Ägypten Hat er nicht wenigstens einen Koch dabei? Also so, diese Geschichte Ja, so ungefähr, ja, genau Apropos Ägypten Oho Apropos Ägypten, ja, äh, der allererste Bischof von Ägypten Auf den werden wir noch zu sprechen kommen Äh, war der, äh, wie hieß er, heiliger Markus oder so Es gibt ein Markus-Evangelium Äh, das ist aber ein anderer Markus Es ist, es ist, es ist jedenfalls dieser Markus, um, den ich meine Achso, ah, der Evangelist-Markus meinst du Ja, ja, genau der, genau der Äh, um den geht's mir jetzt gerade Er war der erste Bischof von, von Alexandria Achso, das wusste ich nicht Begründer der koptischen Christen Also der koptischen, äh, Religion Äh, also christisch, äh, Sekte Ist das eine Sekte, oder? Nein, nein, das ist eine anerkannte Die sind, die sind auch ganz gut mit den Katholiken Die, also die sind auf dem guten Fuß mit den Katholiken sogar Ja, die haben aber ihren eigenen Papst Und der sieht irgendwie ganz lustig aus Weil er völlig übertriebene, völlig übertriebenen, äh, Schmuck und so weiter trägt Naja, der katholischen Kirche könnte man jetzt, äh, keinen, keinen Spartanismus vorwerfen Ja, aber, aber der, aber der Papst, äh, der katholischen Kirche, der trägt immer so ein sehr einfaches Gewand Auch erst sehr kurz, also unser Benedikt war dann auch viel mehr Bling-Bling Äh, ja, guck dir mal die koptischen an Koptischer Papst Ja, ich, ich muss mal, also Das hat so ein bisschen was von, von orthodoxer Kirche Ja, kann durchaus sein, äh, ich, ich, ja, ist halt etwas, ja, wie auch immer, ähm, dieser, äh, Markus ist gleichzeitig der Schutzheilige von Venedig Ja, Markusdom und so Genau, und, äh, von daher ist es vielleicht verständlich, dass die, äh, dass die italienische Raumfahrtagentur, ähm, ihre Stadtplattform, äh, Sao Marcus, oder nach dem Typen jedenfalls benannt hat Also San Marco wahrscheinlich dann Genau, San Marco Auf italienisch Genau Ja, äh, wollte bloß mal irgendwie kurz sagen, äh, also es, es gibt da die bahnbezicksten Verbindungen irgendwie in der Geschichte Ähm, nee, aber Malin, die kannte ich tatsächlich wirklich hier von, von, äh, von Vasco da Gama her Aber ich sehe auch, hier gibt es den, äh, Vasco da Gama, ähm, Pillar, also Pier wahrscheinlich Äh, nee, nee, eine Säule, glaube ich Ah, genau, ja, genau, Pillar von Englischen Ja Öffnet um 8 Uhr wieder Ja Ja, also, die San Marco-Plattform, von der aus Italiener Raketen gestartet haben, so weit sind wir gekommen, wann war denn das? Das war in den 60er Jahren, als die, äh, als die Italiener halt, äh, selber mal, äh, Raketen und Satelliten starten wollten Und gemacht haben sie das mit einer der unterschätztesten und, äh, erfolgreichsten, äh, Raketen, die die Amerikaner jemals gebaut haben Nämlich? Die Scout-Rakete Oh Ja, äh, über die haben wir schon mal gesprochen Vor langer, langer Zeit, in, in grauen Uhrzeiten, als wir, oh, verdammt, jetzt sind wir schon wieder bei Indien Als wir über indische Raumfahrt gesprochen haben Also, ich, ich sag ja, also, mit Vasco da Gama hab ich echt einen guten Anfang gemacht Ähm, ja, äh, die Inder haben auch mit, haben ja auch mal von der NASA die, äh, Scout-Rakete zur Verfügung bekommen Und darauf dann ihre, ähm, äh, die Baupläne dafür zumindest Und darauf ihre, äh, Raumfahrt begründet Ähm, die Italiener haben das nicht ganz so aufwendig gemacht Die haben die einfach genommen Und damit ihre Rakete, ihre, äh, Satelliten gestartet Und, äh, warum macht man sowas auf einer ausgedienten Bohrplattform? Naja, so eine Bohrplattform kann man etwas mehr als drei Kilometer vor der Küste verankern Und ist damit in internationalen Gewässern Ähm, denn, äh, 60er Jahre, 67, da war was Äh, da war nämlich, äh, die ganz große Welle der Entkolonialisierung Und, äh, Italien hat zwar noch Verbindungen so in die, nach Afrika Äh, ich glaub, hu, warte mal, Äthiopien war mal italienische Kolonie Möglicherweise so, nein, aber jedenfalls in der Ecke da Äh, aber, also, in der Ecke waren die jetzt alle nicht mehr so ganz so toll gelitten Also, es, es war halt schwierig, ne Also, äh, von Land aus hätte man die nicht wirklich starten können Dann hat man die halt, äh, von der Küste aus gemacht Man ist dort, äh, geografisch sehr gut gelegen Äh, in der Nähe vom Äquator Und, äh, ja, eigentlich perfekter, perfekter Standort, ne Für das, für das Borglio Space Center Benannt nach, äh, benannt nach einem, äh, nach Luigi Borglio Was, äh, einer der Leute war, die in Italien die ersten Raketen mitgebaut haben Ja, äh, hat nicht allzu viele Starts gegeben Die, äh, Orbital waren Ich glaub, zwölf oder so Jeder einzelne davon erfolgreich Äh, fand statt zwischen, äh, 67 und 88 Und, äh, das will für die Zeit was heißen Keine Fehlstarts Äh, also, die, die Rakete war halt echt gut Äh, gibt auch eine sehr schöne, äh, Dokumentation zu der Rakete Ist, kann man sich mal anschauen Ist leider auf Englisch, äh, stammt aus dem Jahr 1991 Was so die Zeit war, als die allerletzten Scout-Raketen gestartet wurden Die allerletzte war, glaub ich, 94 Die haben sie dann kommerziell genommen Äh, aber, äh, ja, waren halt noch ein paar kommerzielle Starts und dann nicht mehr Ja Ja, ansonsten halt, äh, Scout-Rakete, echt tolles Ding Letzter Fehlstart einer Scout-Rakete 1975 Vorletzter, äh, Fehlstart einer Scout-Rakete 1967 Alter, das Ding war richtig ernsthaft zuverlässig Ähm, woher kommt diese Zuverlässigkeit? Naja, die erste Stufe war eine, war eine Interkontinental-Rakete Die zweite Rakete war auch eine ballistische Rakete Irgendwie kurzstrecken-Rakete Und der Rest war auch alles von Militärtechnik abgeleitet Äh, also man hatte genügend, äh, Gelegenheiten, das zu testen Ja, das, äh, ist ja meistens gut Aber, ähm, warum hat das jetzt, äh, also warum haben wir diese Stadt, italienische Stadtplafon nicht mehr? Ist das einfach dann einfach nicht, nicht irritabel gewesen? Wurde nicht mehr benutzt, wurde nicht mehr benutzt Und ist dann nicht mehr gewartet worden Und, äh, zerfällt jetzt so langsam aber sicher vor sich hin Also, die steht da noch? Die stehen noch, ja Und wie viele Starts insgesamt gab's von der Plattform? Äh, 24 steht hier Oh, das ist ja gar nicht so wenig Also, es gab noch ne, es gab noch ne Reihe von, äh, also von, äh, Suborbitalen Okay Irgendwelche Nike, Tomahawk, Akas, Zeugs, das ich nicht kenne Tomahawk ist doch was, was Trump auf Syrien feuert Ja, dachte ich auch, äh, TE416 Tomahawk, äh, von Deoco entwickelt Nee, das ist ne andere Okay Die heißt nur so Okay Und Nike, das war doch ne französische, oder? Das ist, äh, nee, das ist die Oberstufe Ah, okay Nee, nee, blöd sind die Die erste Stufe mit ne Tomahawk, äh, Rakete als Oberstufe So rum ist es Ja gut, das würde mehr Sinn machen Also die Nike Tomahawk heißt das dann Nike Tomahawk, okay Also nicht Nike Tomahawk Oder Nike, Nike Tomahawk, ja Ja, gut Ist ja eine amerikanische Wörter entsprechend Amerikanisch ausgesprochen Nike Tomahawk Aber nicht gesponsert von Nike Bezweifle ich Just do it Okay, ähm Ja, also wie gesagt Die Italiener hatten ihr eigenes, äh, ihr eigenes Raketenprogramm Haben sie ja bis heute Also die Vega-Rakete ist ja, äh, 70% italienisch Ja, die machen auch viel an der, an der Ariane, oder? Ja, Ariane 6 vor allen Dingen, äh, Ariane, also die, bei der Europa-Rakete waren sie auch beteiligt Also die, die spielen durchaus eine Rolle, äh, sollte man nicht völlig unterschätzen Ja, also ich hab so das Gefühl, dass so Frankreich, Deutschland, Italien so, dass, also so die, die großen Player bei der ESA sind, so gefühlt Die, die europäische Dreifaltigkeit Ja, gut sind auch irgendwie die größten Länder, wahrscheinlich auch Italien nicht so, aber Frankreich, Deutschland so die wirtschaftlich stärksten Ja, ja Ja, ich glaub, ich will jetzt keine Aussagen treffen Also ich denk, dass jetzt Leute von der ESA, die zuhören, schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen Die will natürlich überhaupt nicht sein, europäisches Projekt und Ja, aber ich glaube so, so, äh, äh, von wegen Geographical Return und so weiter Wer, äh, wirst du da nicht sehr viel Widerspruch amten? Ähm, ich hätte jetzt eine gute Überleitung zum nächsten Thema Dann schieß los Denn es gibt ja nicht nur italienische Raketen, sondern auch italienische AstronautInnen Und, ähm, da gibt es eine Astronautin, die schon einmal, glaub ich, oder ich glaub einmal auf der ISS war Nämlich die Samantha Cristoforetti Und, äh, die war zusammen mit dem Matthias Maurer Das ist ja der neueste deutsche Astronaut, der noch nicht auf der ISS war Ähm, in China Und, äh, die haben da nicht Urlaub gemacht, sondern waren auf einem neintägigen Überlebens-Training mit 16 anderen chinesischen Astronauten Ähm, das ist ganz interessant, also die Wo genau? Das weiß ich nicht, irgendwo auf dem Meer Ach so, auf dem Meer, okay Ähm, also, ähm, also, so, die Grundlage dafür ist, dass 2015 gab es ein Abkommen Zwischen, äh, China, also der CNSA, der chinesischen Nationalen Space Agency Ähm, äh, dass man bis 2022 daraufhin trainiert, dass ESA-AstronautInnen, ähm, zur chinesischen Oder zu einer chinesischen Raumstation, äh, fliegen Ja, was dann halt Tiengung 3 ist Ja, genau Ähm, und, äh, letztes Jahr Gab es schon sozusagen den Gegenbesuch, ähm, des chinesischen Astronauten Ye Guangfu Der zusammen mit ESA-AstronautInnen, äh, ein Höhlen-Training in Sardinien absolviert hat Ähm, das machen sie ja auch so ein bisschen, um so Extremsituationen zu testen Wahrscheinlich eine etwas größer angelegte Teambuilding-Maßnahme Ähm, der Matthias Maurer ist ja auch selbst irgendwie so Hobby-Höllen-Kletterer Macht das ja auch sehr gerne Ähm, also so privat Jo Und, ähm, ja, jetzt sind die halt nach China gegangen Und haben zum Beispiel das, ähm, Aussteigen aus einer Shenzu, äh, Raumkapsel bei Wellengang getestet Was ja auch so beinhaltet hat, wie dass man halt den Druckanzug in der Kapsel ausziehen muss Und den, den, äh, Schwimmen- und Signal- und Wärmeanzug fürs Wasser, äh, anziehen muss Stell ich mir auch sehr schön vor, wenn man dann so einer engen Raumkapsel sich irgendwie umziehen muss Da kommt man sich bestimmt sehr nahe Also das ist irgendwie gut, um, um zusammen zu schweißen Ähm, jo Äh, äh, genau Ähm, und halt bis 2022 soll, soll das dann, äh, in einer bemannten Mission zur chinesischen Raumstation münden Ähm, es gibt auch sehr schöne Fotos auf der ESA-Webseite Sieht man irgendwie Samantha Cristoforetti in einem chinesischen Raumanzug Ähm, und, äh, klar, die hat dann so Statements abgegeben Sie fand das sehr spannend, äh, war irgendwie das erste Mal, dass sie, ähm, den Ausstieg auf dem Wasser geübt hat, äh, bei Wellengang Ähm, klar, wenn du halt, äh, bisher mussten ja ESA-Astronauten immer nur das Aussteigen an Land üben Ähm, und Ja, wobei natürlich auch klar ist, äh, dass die dann wohl im, im, äh, Wasser landen wollen werden Ist das nicht klar bei den Chinesen? Wo sind die bisher gelandet? Ich dachte immer an der Steppe Ich dachte, die sind immer gewassert Nee, sind die nicht, sind die nicht immer irgendwo zu hinten in, 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 boah Äh, in der Inneren Mongolei sind die doch immer gelandet, oder? Ja, ja, tatsächlich Sind auf Steppe gelandet Ja Ah, okay, also dann, dann machen sie wahrscheinlich beide Methoden Probieren sie mal aus Ja, oder es ist Notfall Ja, oder das, ja, ähm Naja, auf jeden Fall, ähm, ist das ja ganz spannend, ähm, dass die ESA jetzt so anfängt, mit den Chinesen zu kooperieren Das hatte, glaube ich, auch mal der Werner in unserem Interview irgendwie so anklingen lassen Ja, äh, ja, und ist halt, ist halt auch klar geworden, klar gewesen, weil die, äh, weil die Chinesen haben es ja angeboten Und wieso sollte die ESA das ausschlagen? Ja, genau, also es ist ja, es ist, man ist ja damit auf gutem Fuß und, ähm, ähm, klar, also klar dort Und es gibt ja auch schon, es gibt ja seit, äh, mindestens seit den 90er Jahren, äh, gibt es ja eine Kooperation zwischen der ESA und, äh, und China Zumindest, äh, gibt es da halt jemanden, äh, der heißt Karl Bergquist, äh, der sich damit auseinandersetzt mit denen, äh, der halt so, so der, der Verbindungsoffizier Ja, ja, der Andreas ist ja auch der Communications Officer, der Kommunikationsoffizier der ESA Ach so, echt, äh, nee, äh, war jetzt, war jetzt eher so in Anführungsstrichen gemeint Ich hab keine Ahnung, wie der, wie der offizielle Titel ist, aber jedenfalls jemand, der die Verbindung dort aufrecht erhält Äh, und den gibt es halt jetzt seit den 90er Jahren, der da halt, äh, immer arbeitet Und, äh, ja, also die Verbindungen sind durchaus da und, äh, ja, warum auch nicht, ne? Ja, ich find's schön, also ich begrüße das ja sehr, äh, weil, ähm, 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 ja, also ich glaub, langfristig wird man in der Raumfahrt nicht um die Chinesen drumrum Auch wenn die Amerikaner das immer noch gerne wahrhaben wollen Ja, lass die mal machen Ja, also ich, äh, ich fand das ja, ich fand das ja sehr spannend, ähm, Valerian, den Film hast du ja nicht gesehen Das ist ja dieser neue Luc Besson-Cypher-Film, ähm, und, also das, der Prolog ist halt so, dass man halt irgendwie, man fängt an mit dem Apollo-Series-Testprogramm Wo man halt sieht, wie sich sowjetische und amerikanische Astronauten umarmen Und dann wird es um die Zukunft gesponnen, dass irgendwie chinesische Astronauten auf der ISS begrüßt werden Und dass man das halt dann nochmal so nachstellt, also dieses Testprogramm Und da hab ich gedacht, naja, es wird wahrscheinlich so sein, dass, äh, amerikanische Astronauten auf chinesisch, auf der chinesischen Raumstation begrüßt werden Das ist, äh, sehr viel wahrscheinlicher, ja Ja, genau In Samus mit dem privaten Flug Ja, genau, ja Ja, ähm, mehr gibt's auch gar nicht drüber zu berichten Ich fand das einfach sehr spannend, dass, äh, dass die das gemacht haben, äh, gibt schicke Fotos Und, äh, ist einfach schön, ähm, dass der Matthias Mauer auch was zu tun bekommt Ich glaub, das hat genug zu tun, aber, ähm, ich weiß gar nicht, wann der fliegen soll Ja, ich, ich bin trotzdem irgendwie nicht ganz sicher, was für ein Training bei der Raumfahrt, mit Raumfahrt zu tun hat Ja, das stand halt irgendwas, äh, so Ich meine, die Chance in der Höhle abzustürzen ist ein bisschen klein Da ging's halt um Extremsituationen, weißt du, dass du halt irgendwie, wie teamfähig und wie konzentriert bist du, wenn du so Extremsituationen hast Ja, klar, logisch, irgendwie müssen die halt beschäftigt werden Ähm, ja, irgendwas wollte ich noch, aber ich, äh, ich weiß es nicht, was Ja, dann mach ich einfach weiter mit dem nächsten Thema Äh, kommen wir zu, äh, Neuseeland Neuseeland, also wir haben halt eine ziemliche Rundreise, ne? Ja Einmal rund um die Welt Genau, ähm, Rocket Labs USA, äh, sind die in Neuseeland, äh, die heißen ja, glaub ich, nur Rocket Labs USA, weil die dann irgendwas mit ITER, also die, äh, damit sie irgendwelche Technik exportieren dürfen und solche Sachen Irgend so was ist da Ja, ähm, äh, die haben ja Anfang Mai oder, ich glaub Ende Mai war's, dass sie ihre Elektronenrakete zum ersten Mal getestet haben Ja, ist lange her Ja, genau, und, ähm, das endete ja im, in der, in einem, in einem, ja, könnte man so nennen, Fehlschlag, weil die Rakete nach, äh, einer gewissen Zeit wurde der, äh, gab es einen, einen Launch Termination, ähm, weil, ähm, es einen Fehler in der Range Control Software gab, ähm, und jetzt gab, ähm, Peter Beck heißt der CEO von Rocket Labs und der hat jetzt ein Interview gegeben, oder ein Q&A Ich weiß nicht, warum das Q&A nimmt, es ist ein Interview, äh, so die stellen Fragen und er antwortet Genau, Q&A hat Q&A Ja, aber das können wir auch Interview nennen, ah, gut Ähm, und er hat so ein bisschen über die Zukunft von, äh, von Rocket Labs und der Elektronenrakete geredet, ähm, also er sagt zum ersten Mal, dass, dass, äh, zum einen Mal, dass, dass die nächste Rakete wird in etwa acht Wochen, äh, ausgefahren, ähm, also auf, auf den, auf den Stadtplatz rausgefahren, ähm, das war vom Zeitpunkt des Interviews Ausgerechnet, äh, Anfang Oktober Und dann wird sie da noch ein paar Wochen quasi voll integriert getestet und Ende Oktober soll dann der zweite Testflug stattfinden Ja, wird Zeit, weil die haben ja was vor dieses Jahr Ja, da komm ich noch dazu, komm ich noch dazu Unbedingt dieses Jahr Na, nicht mehr, nee, 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 hat sich auch wieder geändert Okay Ja, ich komm noch dazu, jetzt, äh Okay, ja, 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 ähm Und wenn der zweite Testflug einwandfrei läuft, dann streichen sie sogar den dritten Testflug und fangen gleich mit kommerziellen Flügen an Sie haben schon sechs kommerzielle Flüge verkauft Und, ähm, ähm, hoffen, also wenn der zweite Testflug gut geht, dass sie noch, äh, Ende 2017 den ersten kommerziellen Flug, also ersten Satelliten starten können, sozusagen Äh, beim zweiten Testflug wird auch ein eigens entwickeltes, also von Rocket Lab selber entwickeltes CubeSat, ähm, Deploy-System getestet Schon mit einem CubeSat, äh, sie hat noch nicht verraten, von welcher Firma Ähm, es wurde ja spekuliert, dass Outernet das ist, also die, die Firma, die, äh, ein, ein Weltraum-Internet entwickeln will Äh, so mit CubeSats, ähm, aber er meinte, das sind sie ja garantiert nicht, aber sie verraten erst so, äh, näher zum Start hin, welche CubeSats sie da jetzt aussetzen werden Ähm, ich glaub, sie haben, sie haben Launcher für ein, äh, U, also eine Einheit, drei Einheit CubeSats und sechs Einheit CubeSats Ähm, aber was du ja schon angedeutet hast, äh, Rocket Labs ist ja auch verpflichtet worden von Moon Express Ein Mitstreiter im Google-Luna-X-Preis Und, ähm, es ist ja so, dass es bisher so war, dass, äh, um, äh, den Endpreis zu gewinnen Muss, ähm, müssen Teilnehmer, die da noch, äh, also im Rennen sind Bis Ende 2017, also bis zum 31. Dezember, ihr Projekt gestartet haben, auf dem Weg zum Mond gebracht haben Gelandet müssen sie noch nicht sein, aber halt schon unterwegs sein Ähm, aber ich hab gelesen, das hat sich geändert, die haben die Deadline, äh, nach hinten verschoben Mensch, ich hab jetzt gedacht, so, jetzt ist das tot, haha Äh, nee, äh, äh, Radenfreude ist die reinste Freude und die hat man mir jetzt verwehrt Er hat ja auch, also der, der Peter Beck hat gesagt, also, äh, seine Rakete sei bereit, äh, zu Ende des Startes, äh, Ende des Jahres zu, äh, zu starten Ich schau das jetzt nochmal mit dem X-Prize nach, ähm, das ist auch die, also, äh, das ist auch die, äh, Also, die Nachricht ist, äh, 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 genau, äh, warte kurz Ne, ich fand das ja, ich fand es ja trotzdem insgesamt erstaunlich, wie, wie schnell sich dieses Starterfeld dann doch ausgedünnt hatte Ne, also, ich meine, Anfang des Jahres sah es ja echt noch so aus, wie, das gibt jetzt, das gibt jetzt am Ende des Jahres irgendwie ein Feuerwerk von, äh, einer ganzen Reihe von Missionen, die alle nur zum Mond fliegen Und jetzt gibt's praktisch, äh, ja, die eine Wenn überhaupt Ja, ähm, genau, äh, die Deadline wurde jetzt bis zum 31. März 2018 verlängert, äh, und es wurden zwei neue Milestone-Preise eingeführt Es gibt einmal den Lunar Arrival Milestone-Preis, ähm, äh, den man bekommt, wenn man ein Orbit, äh, genau, wenn man ein Orbit um den Mond geflogen ist und, äh, in einem, äh, direkten Lande-Vektor zur Mondoberfläche sich befindet Und dann bekommt man schon 1,75 Millionen Dollar Und der zweite ist der Soft-Landing-Milestone-Preis Äh, ja, selbsterklärend, wenn man halt, äh, auf dem Mond gelandet ist, soft, dann bekommt man 3 Millionen Dollar Und der Endpreis bedeutet ja, da muss man diesen, muss man ja eine gewisse Strecke auch zurückgelegt haben und irgendwie Fotos gesendet haben und solche Sachen HD-Livestream oder sowas, ne? Ja, genau, und dann bekommt man ja, äh, 20 Millionen Dollar Und das zweite Team, was das macht, nochmal 5 Millionen Dollar Jo, genau Also der Peter Beck meinte aber, die Rakete, die ist fast fertig und die kann bis Ende 2017 starten, das sei kein Problem Ähm, ich glaub, das, das Q&A wurde auch geführt, bevor die Deadline, äh, erweitert wurde Also das ist jetzt erst ganz, ganz neu, dass Google Luna X das erweitert hat Okay, das hab ich, hab, ist irgendwie an mir vorbeigegangen Äh, ich hab jetzt auch erstmal ein paar Wochen irgendwie mich in der Funkstille etwas befunden Ja, dafür bin ich ja da Genau Ähm, genau, dann hat er noch ein bisschen, ist er noch ein bisschen drauf eingegangen, warum beim ersten Testflug die Rakete terminiert wurde Ähm, das war einfach, das war ein ganz dufer Fehler, also, ähm, das war gar kein Fehler von Rocket Labs selber, sondern die haben so einen, ähm, Subcontractor für die, äh, Range Safety, ähm, eingestellt Und die haben ihre Software irgendwie falsch, falsch, äh, konfiguriert und dann ist auf einmal bei denen, äh, die Rakete verschwunden Irgendwo Fehlerkorrektur oder sowas war das Ja, genau, dann ist, dann ist bei denen die Rakete auf dem System verschwunden und dann musste halt der, der Range Safety Mensch hatte keine Wahl, um, um die Rakete zu terminieren, aber es war zum Glück nur eine Thrust Ja, die haben halt, die haben halt keine, keine, äh, Daten mehr gekriegt von der Rakete Ja, ja, genau Und mussten deswegen davon ausgehen, ja, die ist jetzt irgendwie außer Kontrolle geraten, weil konnten sie ja nicht mehr kontrollieren, während gleichzeitig die Leute von, äh, äh, nicht Moon Express, meh, äh, von Rocket Labs halt noch ganz normal ihre Daten bekamen Ja, äh, und dann halt relativ hilflos zu sehen mussten, äh, wie dann, äh, ja, der Flug abgebrochen wurde Ja, ähm, ähm, und das war aber zum Glück nur eine Thrust Termination und keine, äh, Pyro Termination, also gibt ja entweder man sprengt die Rakete oder man schaltet einfach die Triebwerke aus Und das war das, äh, das Letztere, also man hat einfach die Triebwerke ausgeschaltet, die Rakete ist dann einfach natürlich weitergeflogen und man konnte dann noch, äh, alle Tests, die man machen wollte, noch durchführen, aber die Rakete ist dann nicht in Orbit gekommen Ähm, die haben dann auch so nachgefragt, äh, das Interview war von Space Flight Now und die haben dann gefragt, ja, wer war denn der Subcontractor und er meinte dann so, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag und ich, ich werde die jetzt hier nicht, äh, öffentlich nennen, äh, einfach aus, aus, äh, aus Diskretionsgründen Ähm, naja, ja, also ich, ja, ja, also, äh, als ich, als ich damals den, ähm, den Flug gesehen hatte, äh, hatte ich auch gleich gesehen, irgendwie so richtig, so richtig kontrolliert geflogen ist sie nicht am Anfang Ähm, und, äh, ja, das hat sich mehr oder weniger geklärt, äh, nämlich, äh, das, es hat halt ein gewisses Rollen gegeben, aber man wollte es nicht Ähm, man wollte das Rollen nicht, ähm, nicht vollständig ausgleichen, um die Rakete nicht überzustrapazieren, sagen sie zumindest Ähm, was feststeht ist, wenn du so eine Rakete hast mit ziemlich vielen, äh, Triebwerken, genauso wie Falcon 9 halt auch, äh, hat halt auch neue Triebwerke, ähm, dann kann halt so ein Rollmoment entstehen, äh, hast du ja selber durchgelesen, kannst du mal sagen, was du, wie du es verstanden hast Ja, genau, also das, das Rollmanöver, das war, äh, also es war tatsächlich absichtlich, ähm, weil sie da, also Guidance hat, also die Leute für, für die Navigation haben gesagt, wir wollen jetzt hier die, die, die Kontrolltriebwerke jetzt hier nicht zu überstrapazieren und die Rollachse, also, äh, die Bewegungsebene, äh, das ist die am wenigsten gedämpfte, also die, die kann gern ein bisschen drehen, das, das tut der Rakete nicht, 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 nicht weh Was? Ich finde, ich finde irgendwie die, ich, ich finde die Erklärung irgendwie, also auch diese, die, die sie halt im Interview geliefert haben, irgendwie etwas merkwürdig, weil, äh, es hätte nicht viel gebraucht und es hätte auch keine großen Strapazen gebraucht, um so einen Rollen auszugleichen, weil sehr schnell war's ja nicht, ähm, Ja, das, 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 also die haben gesagt, die haben das kontrolliert und sie haben das halt nur bis zum bestimmten Punkt rollen lassen, also was da gerollt ist, das war schon gedämpft, also man weiß ja nicht, was, was jetzt ohne, ohne Dämpfung überhaupt, wie, wie schnell sie dann geworden wäre Ja, okay, man weiß auch nicht, äh, wie genau da, wie genau die Triebwerke funktionieren, nicht, dass die, äh, wieder irgendeine Hydraulikflüssigkeit drin haben, die dann irgendwann ausgeht Ja, genau das Was wir ja schon, äh, bei diversen Raketenschlachts gesehen haben, ähm, vielleicht hat's was damit zu tun, dass man da wirklich sagen wollte, okay, so wenig wie es geht, kann sein, es ist, es sah trotzdem irgendwie alles, der, der Anfang vom Flug sah nicht sehr kontrolliert aus Ja, ich glaub, also ich glaub, er meinte es auch nicht so, dass, dass das irgendwie gewollt war, sondern, dass man das einfach bis zu einem gewissen Grad passieren ließ, äh, ohne da einzugreifen Ähm, man hat auch gesagt, das kam dadurch, dass es, äh, Plum, Plum Reactions gab, also, dass die, ähm, dass die, äh, Gase aus der Rakete irgendwann irgendwie miteinander, äh, reagiert haben oder quasi so gefüllt zusammengestoßen sind und dadurch irgendwie so ein Drall entstanden ist Und er meinte auch, wenn man die ersten Völkern reinsteht Ja, kannst halt, kannst halt nicht, kannst halt nicht völlig kontrollieren, also du kannst das auch nicht ausrechnen, was genau da passiert Ja, genau Weil einfach, äh, turbulente Strömungen kannst du nicht, kannst du nicht so genau berechnen, dass du dann sagst, äh, ja und das ergibt jetzt genau diese Kraft in diese Richtung, äh, weil du noch nicht mal die Turbulenzen ausrechnen kannst, weil Turbulenzen sind böse Ja, äh, er meinte auch, ähm, dass wenn man sich die ersten Völkern 9 Starts anschaut, dass da ein ähnliches Rollverhalten stattfindet Ja, den ersten, den ersten, nicht die ersten, den ersten Ah, er meinte, er meinte the first Ja, gut, das könnte beides heißen Ja, der erste, der allererste Ja, also da gab's auch ein ähnliches Rollverhalten Da hat sie, ja, aber die haben's halt so gehabt, okay, äh, irgendwie hat eine Vierteldrehung oder eine halbe Drehung gemacht und das wurde dann sofort stabilisiert und dann ist sie direkt hoch Ja, ja, gut Ähm, er meinte auch, dass es wahrscheinlich einen Webcast beim nächsten Start geben wird, äh, aber war sich noch nicht sicher Ja, das ist so ein bisschen dieses Sorsheet-Phänomen Das hört sich fett aufleinen Ja, Neuseeland, äh, da muss man vielleicht so einen Hobbit losschicken, der dann mit der Kamera Ja, irgend so was Äh, Netzabdeckung ist nicht sonderlich toll, äh, klar, äh, am liebsten wollten sie die Raketen natürlich an der Stelle starten lassen, wo nicht allzu viele Menschen ringsrum sind, äh, damit man niemanden gefährdet, falls das irgendwie nicht funktioniert Ich muss grad an Herr der Ringe, die zur LTE-Türme denken Puh Ja, ja Also Ich, ich mag Wortspiele, wenn sie weh tun Von daher ist das alles okay Genau, ähm Das, äh, war's jetzt auch zu Rocket Labs Ähm, fand ich ein ganz interessantes Interview, äh, das sie da geführt haben Äh, ich bin schon sehr gespannt, ähm Was da noch wird Also, Aufträge haben sie Das sieht doch alles gut aus Ja, äh, wie gesagt Ich fand's halt bloß etwas merkwürdig Das ist halt grad dieses Rollen, das wird halt lange Zeit überhaupt nicht besprochen Äh, wurde auch vorher nichts drüber gesagt Hm, ich weiß es nicht Und die, vor allem die Abtrennung sah nicht sehr, sah halt auch nicht sehr kontrolliert aus Also ich glaub, die, die werden Gründe haben, warum sie, äh, seit Mai nicht mehr eine zweite Rakete gestartet haben Und, äh, das werden mehr als nur Kleinigkeiten sein, die, äh, dort, die dort noch korrigiert werden müssen Also er hat das so behauptet Also er hat meinte, sie machen keine großen Änderungen an Subsystemen, sondern nur noch Kleinigkeiten Ja, es können ja viele Kleinigkeiten sein Und Kleinigkeiten können manchmal auch zeitaufwendig, zeitraubend und, äh, einfach, einfach schwierig sein Auch wenn's wenig ist Ja Kleinvieh macht halt auch Mist, ne? Ja, genau, dachte ich auch grad Aber gut, äh, das war's zu Rocket Labs Wir kommen jetzt noch zu Arkinaut, äh, ganz kurz, ähm, fand ich ein interessantes Projekt Ähm, ist ein, äh, NASA-finanziertes, äh, äh, Unternehmen, äh, das, äh, im, im Technology Demonstration Missions Programme quasi untergebracht ist bei der NASA Und da geht es um 3D-Druck im Weltall Ähm, was ich ja sehr spannend finde und denke, das ist auch das, was, was irgendwie so der nächste große Schritt sein wird Ähm, nämlich, dass man einen, einen Satelliten hochschickt mit Roboterarm und einem 3D-Drucker Der sich dann, ähm, äh, Gestelle selber druckt und zusammensteckt Äh, und das wurde jetzt, äh, unter Weltraumbedingungen, also in der Vakuumkammer, das erste Mal getestet Und, ähm, deswegen gab's dann den ganzen Artikel Also der Test an sich ist jetzt nicht so spektakulär, aber ich, ähm, ich wollte das einfach mal erwähnen, dass man das auf dem Schirm hat Ähm, weil die, weil das ganz interessant aussieht Und ich denke, das ist was, was realisierbar ist, also nicht so, nicht so was wie Weltraummining, was dann irgendwie noch tausend Jahre in der Zukunft fliegt, sondern was jetzt irgendwo in den nächsten 10, 20 Jahren ins Haus stehen wird Ah ja, und dann hieß es, es hieß hier irgendwie Space-Like-Environment, also man hat das mit Sicherheit irgendwie in der Vakuumkammer auf dem Boden gemacht, ne? Ja, meinte ich ja gerade, also wir haben's in der Vakuumkammer getestet Jo Genau, ähm, und die haben auch sehr schöne Render-Videos, also wie das dann mal aussehen wird Und, also so erste Projekte könnten zum Beispiel sein, dass man sich halt so eine große Satellitenschüssel selber druckt, äh, sodass die halt größer ist, als sie in eine Rakete reinpassen würde Naja, also größer, als sie in eine Rakete reinpassen würde, also man hat jetzt schon richtig große Antennen Ja, aber immer noch, es geht dann immer noch größer Ja, ähm, aber so spektakulär groß sind die, was sie hier zeigen, auch nicht aus, also da, da gibt's, äh, da gibt's Ähnliches in der Größe schon Aber, äh, ja doch, ich, ich kann's mir vorstellen, also diese ganzen, äh, diese ganzen Strukturteile und Verbindungen, äh, sind ja im Wesentlichen dafür ausgelegt, dass sie den Schlacht durch mal leben Äh, und, äh, werden im Weltall ja eigentlich gar nicht weiter belastet Ja Und, äh, von daher kann man sich das durchaus vorstellen, dass man dann, äh, sehr fragte Strukturen im Weltraum einfach, äh, drucken kann Indem man einen sehr solide gebauten 3D-Drucker, äh, den, den, äh, Start mit der Rakete überleben lässt Genau, also es gibt auch einfachere, äh, Ideen, dass man halt, ähm, einfach so einzelne Elemente sehr eng packt Und, dass man dann halt, äh, Roboterarme an diesen Satelliten dran baut, äh, die dann einfach so ausgesteckt werden Also, dass, dass man auch Lego im Weltall Genau, also es geht dann nicht nur um 3D-Druck, sondern auch das, äh, also das, äh, robotische Zusammenbauen von Strukturen Ähm, also das sind so die zwei Elemente von Arkinout, ähm, dass man einfach, äh, das für den Start eng packen kann und dann im Weltraum auf, aufbauen Also, da sind wir, da sind wir tatsächlich dann bei Lego im Weltall Ja, ja, klingt interessant Ja, äh, genau, 2018 soll dann, ähm, was soll denn 2018 passieren, da war doch was Äh, irgendwas, ich glaub, noch kein Start, sondern, genau, Test, äh, ja, also nochmal andere Tests in Fullscale, äh, und dann halt in Spaceflight Demonstration Aber sie wissen noch ganz genau nicht, was sie jetzt damit machen wollen, ähm, ist halt sehr vielfältig Also, ob man da irgendwelche großen Truss-Strukturen aufbaut, wo man dann irgendwas anderes dranhängt Oder, dass, dass dann andere Satelliten dort andocken und sich irgendwelche Strukturen reparieren lassen Also, dass man da, keine Ahnung, äh, irgendwelche, irgendwelche Elemente austauscht, die dann irgendwie kaputt gegangen sind Ähm, ist auch natürlich auch die Frage, ob man den nachtanken kann Also, ob man da dann einmal diesen 3D-Drucker startet und der dann halt immer mit, mit, äh, Druckfilamenten betankt wird, sozusagen Oder ob man dann immer was Neues baut Jo, äh, wird jedenfalls interessant Aber wirklich interessant wird's eigentlich erst, wenn das Ding mal startet Ja, genau, aber Und im Weltraum getestet wird Genau, aber ich wollte das schon mal, dass das unsere HörerInnen auf, auf dem Schirm haben Jo Jetzt hast du noch was zu SpaceX, das haben wir jetzt extra ans Ende getan Damit's nicht viel am Anfang steht Ja, äh, ist auch nicht viel, ähm, äh, die Die Falcon 9-Rakete ist gestartet, mal wieder, zum 83. Mal, zum 11. Mal dieses Jahr Und, äh, ich hab's jetzt nicht im Kopf War's die 40. Ich müsste jetzt nachgucken 40. war's? Ähm, oder 41. Start einer, einer Falcon 9-Rakete Ich schau's gleich nach, warte Es ist der 40. gewesen Ah, okay Und, ja, an Bord war Formosat 5 Und, äh, Formosat 5 sollte ursprünglich mal zusammen mit, äh, Dem Sherpa Satellite Dispenser starten Und dann noch über 80 Satelliten zusätzlich aus, äh, aussetzen Und das ist nicht passiert Warum? Weil, äh, im März schon die Firma gesagt hat, äh, das dauert uns irgendwie zu lang Und, äh, haben die irgendwo anders untergebracht, die Satelliten Äh, ich hab keine Ahnung wo Ich hab da auch nichts rausgefunden wo Äh, ich bin mir relativ sicher, äh, einige werden davon immer noch am Boden sein Ähm, ja Äh, damit, äh, ist auf jeden Fall Dass der Flug gewesen mit der kleinsten Nutzlast, die die Falcon 9 jemals transportiert hat Und wohl auch jemals transportieren wird Nämlich 475 Kilogramm Nicht mal, nicht mal eine halbe Tonne Obwohl sie eigentlich, äh, ja, so locker 15 Tonnen oder so Äh, also 10 Tonnen auf jeden Fall hätte starten können In den gleichen Orbit Ähm, ja Ja, warum das Ganze? Weil man den Vertrag schon vor einer halben Ewigkeit unterzeichnet hatte Und damals hieß es noch, äh, wir starten das Ding nicht mit einer Falcon 9 Rakete Sondern mit einer Falcon 1 E Rakete Und, ja, Falcon 1 Raketen, äh, die wurden schon vor sehr, sehr langer Zeit abgeschafft Weil man gesagt hat, dass wir, wir finden nicht genügend Kunden, um das wirtschaftlich zu betreiben Und, äh, folglich, äh, gab es die nie Nie mehr Also, es gab 5 Starts mit einer Falcon 1 Rakete Ähm, hat einen Satelliten für Malaysia ausgesetzt Und, äh, einen zweiten Satelliten, äh, der halt abgestürzt ist Beim dritten Start Und, äh, ja, mehr halt nicht Ja, aber der Vertrag war geschlossen Der musste irgendwie erfüllt werden Und, äh, das ist hiermit geschehen Okay Und der Booster ist ja auch erfolgreich gelandet Äh, tatsächlich fast auf, äh, fast mittig Ist der 15. gelandete Booster von, äh, Falcon, äh, von der Falcon 9 gewesen Immerhin Ja Also, äh, noch 120 Und es sind so viel wie Space Shuttles Nee, stopp, äh, 118 Und dann sind es so viele Landungen, wie der Space Shuttle geschafft hat Ja, das sollte hier bei, äh, zu schaffen sein Äh, weil Space Shuttle hatte ja bekanntlich 135 Starts Und 133 Landungen Mhm Ähm Äh, ich sehe gerade, das war aber noch eine Block 3 Rakete Und, äh, die, der, die, der Dragon Start war schon eine Block 4 Ja Und es kommt noch Block 5, oder? Demnächst Block 5 kommt, äh, mit den bemannten Flügen Ah, okay Ja Ja gut, das ist ja hoffentlich demnächst Für Februar 2018 angekündigt Ja, demnächst, sag ich doch Jo Ähm Ähm Ja, das, das war's zu, zu Space X Diesmal ganz kurz Ja, ich wollte es auch noch sehr kurz machen Äh, es hat zwischendurch noch eine Eine Minotaur-Rakete einen Satelliten ausgesetzt Äh, das soll der, äh, die größte Bahnneigungsänderung für einen Satelliten im niedrigen Orbit gewesen sein Irgendeinen Rekord muss man ja aufstellen Also heißen, waren sehr, sehr leichter Satellit Und, äh, hatten noch genügend Reserven Um halt die, die Bahn irgendwie auf Irgendwas anderes, äh, auf eine andere Neigung zu bringen Okay Wahrscheinlich sollte die in äquatorialen Orbit reinkommen Ich hab keine Ahnung War das nicht so eine Militärgeschichte? Ja, äh, sowieso Also diese Minotaur-Raketen sind ja für, äh, sind ja eigentlich nicht für kommerzielle Flüge gedacht Glaub ich Es gibt ja jetzt diesen Streit, äh, weil die Amerikaner haben ja die Peacekeeper-Raketen abgeschafft Und die stehen halt jetzt so rum Und, äh, es gibt halt ständig Streit, äh, was machen wir jetzt mit diesen Raketen Äh, verkaufen wir die noch für Starts von Satelliten oder nicht Und wenn ja, für wie viel Geld Und, äh, alle Leute, die die potenziell kriegen können, sagen natürlich, na für möglichst wenig Geld Weil es ja gebraucht und, äh, entstehen ja keine weiteren Kosten für Und alle anderen Peacekeeper-Raketen never used Jaja Never used for Peacekeeping Genau, äh, und, äh, alle anderen, äh, die halt diese Dinger nicht benutzen können, sagen halt, ja, möglichst viel soll das kosten Was ja auch verständlich ist Ah, ja Ja, die Frage ist ja, Peacekeeper-Raketen, äh, halten die den Frieden dadurch, dass sie da sind oder dadurch, dass sie fliegen? Ich würde ja sagen, die halten den Frieden dadurch Es hieß, dadurch, dass sie da sind, hieß es, glaube ich Also dann sind sie ja schon benutzt, in dem Sinne, dass sie In dem Sinne sind sie benutzt, ja Oh, das ist ein sehr philosophischer Streit Aber gibt's ja auch nicht mehr Ja, jetzt muss man keinen Frieden behalten Jetzt gibt's nur noch Vorbei mit Frieden Ja, jetzt gibt's nur noch Minutemen-Raketen Ja, und das ist ja, ähm, die sind ja dann Innerhalb von einer Minute Start, klar, ne? Ja, so wie Also, äh, na ursprünglich war ja Minutemen, äh, die Minutemen waren ja so die, die amerikanischen Milizen Wo gesagt, ja, irgend sowas, wo halt gesagt wurde, ja, also, äh, das sind Leute, die müssen halt ihr Gewehr irgendwie an der, an der Wand festgenagelt haben, eigentlich festgenagelt, aber so, so am Griff bereit haben, damit sie innerhalb von einer Minute aus der Hütte kommen können und, und, äh, gefechtsbereit sind, ne? Ja, Paul Revere, der Ritt von Paul Revere Genau, genau, der Typ, hey, da war was Ja, mit Schnupfen und irgendwie krank und, äh, nach, äh, wo ist er hingeritten? Ähm, Lexington, genau Von Boston nach Lexington und Concord Hm, ja, äh, waren ja eh alles kleine Kriege damals Ja Zumindest in der Ecke, weil, äh, einfach nicht viele Leute da Ja, ja, ne Ähm, wollen wir noch eine Raketenfeuersage machen? Mach mal noch Mach mal, gell Ne, das gehört dazu Ja, ja, ähm, ich muss sagen, schon, äh, bis zum nächsten, das wäre dann der neunte, okay Ähm, da haben wir einmal am 31. August, dem Donnerstag, eine PSLV, eine indische Rakete mit dem IRNSS-1H Das ist ein Navigationssatellit für, äh, regionale indische Navigationssystem Genau, wird in der PSLV XL-Konfiguration fliegen Ja, äh, kommt dann in irgendeinen komischen Orbit, entweder geostationär oder so, so leicht abweichend, abweichend davon, äh, in so einen komischen Achterorbit Ähm, eins von beiden, äh, diese Navigationssatelliten haben ja die gleichen Schweizer Atomuhren, die auch die chinesischen und die europäischen, äh, Navigationssatelliten haben und die haben die gleichen Probleme Ähm, die IRNSS-Konstellation ist in einem geostationären Orbit Ja, aber die haben, die haben zwei, zwei Sorten von Orbits, also, äh, einmal halt geostationär, die halt wirklich an einer Stelle bleiben Aber, ähm, dann hast du Satelliten nur entlang vom Äquator, also nur entlang von einer Linie Ah, okay, ah, hier steht's Wenn du reagieren willst, musst du aber Triangulation betreiben, also, dafür brauchst du Dreiecke und dann reicht so eine Linie nicht aus Also, halt, so heißt es, du brauchst noch irgendwie Satelliten, die rechts und links von dieser Linie ausscheren Und da benutzt man, äh, geosynchrone Orbits, die, äh, halt, äh, ja, die halt in so einer, in so einer Acht um einen bestimmten Punkt am Himmel kreisen Und, äh, ja, dadurch kriegst du halt ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Abstand und kannst dadurch halt, äh, Triangulation betreiben Gut, äh, der nächste Start ist dann am 5. September, das ist ein, äh, Sonntag, nee, ein Samstag Ähm, und da startet eine Ariane 5 mit Intel SAT-37E und B SAT-4A B SAT-4A ist, äh, auch ein Kommunikationssatellit, aber ich weiß jetzt nicht, für welche Firma Ähm, ah, okay, das ist Broadcasting Satellite Systems Coop Ah, für Japan, der 4K und 8K Ultra HD, äh, streamen kann Juhu Die Zukunft kommt auch nach Japan Ja, und was die Auflösung vom Fernseher angeht, immer zuerst Ja, ja, äh, dann haben wir, äh, am 6. September eine lange Marsch 2D mit, äh, VRSS-2 Das ist ein venezuelianischer, ähm, Remote Sensing Satellite, also ein Erdbeobachtungssatellit Ich weiß nicht, ich hab da erstmal so ganz kurz nur drüber gelesen und ich hab irgendwie, irgendwie zuerst Remote und dann Venezuela, äh, gelesen und irgendwie mein Gehirn hat bloß den ersten Teil von dem einen und den Rest von dem anderen gelesen und daraus Romulanisch gemacht Ein Romulan, genau, ein Romulanischer, ähm, Satellit wird gestartet Genau, ein Romulanischer Satellit, äh, von den Chinesen Genau Genau Äh, genau Ähm, und, äh, 7. September, äh, Falcon 9-Rakete mit OTV-5, was steckt dahinter? Äh, die X-37B, äh, amerikanisches, äh, äh, Mini-Shuttle Ja, äh, Orbital Test Vehicle steht, äh, OTV für Ah ja, okay Und es hat der fünfte Flug, äh, ich hab keine Ahnung, der wievielte Flug von diesem ganz speziellen, äh, die haben ja mehr als eins davon Die haben zwei, ich denke mal, es wird, ja gut, das sagen sie ja nicht, welches es ist Ja, die sagen ja auch nicht, äh, wofür es da ist, äh, die haben ja auch schon, äh, Technologien für irgendwelche Unternehmen getestet Ja Äh, man weiß es nicht, was die Dinger tun Ja Dann noch am 9. September eine Proton-Rakete mit dem Amazonas 5 Äh, das ist ein Brettband-Television, Corporate Network und Telekommunikations-Satellit für Mexiko, Zentralamerika und Südamerika Äh, genau, für Hispassat aus Madrid Jo, die wollen spanisches Fernsehen sehen Also ich denke mal, spanischsprachiges Fernsehen Ja, äh, ja, meine ich Spanischsprachiges, ja Oder, ähm, was sprechen, äh, auch Portugiesisch und Brasilianisch Das ist halt die Frage Ist jetzt die Frage, ob Portugiesisch, ob das für Brasilien mit ist oder ob die Brasilien einfach aussparen Ja, steht halt für Amerika Weil ansonsten spricht da unten, spricht, weil ansonsten spricht da unten jeder Spanisch bis auf halt Brasilien, weil Brasilien halt, äh, Bei den Portugiesen Portugiesisch aber Ja Und, äh, ja, ist halt, ist halt immer so witzig, dass Brasilien jetzt eigentlich das Land ist, wo halt Portugiesisch gesprochen wird und Portugal selbst ist so ein Anhängsel Ja, äh, dann vielleicht noch ein kleiner Vorblick, äh, weil das wieder ein, äh, bemannter Start ist, äh, 12. September, äh, eine Soyuz-Rakete mit der ISS-52S-Besatzung Äh, das wird, ähm, äh, wer fliegt denn da alles mit, das steht jetzt hier natürlich nicht drin Tja, irgendwer wird schon mitfliegen, ne Ja, ich weiß nicht gerade, äh, weil hier steht Expedition 52, Peggy Whitson ist ja schon, der Paolo Nespoli ist ja auch schon Gut, ich schneide das nachher raus Also, ist schon klar, 12. September, ISS-52S, irgendjemand wird schon mitfliegen Ja, äh, übrigens, äh, hier ist auch angekündigt, der nächste Elektron-Flug irgendwann für, für viertes Quartal Ist natürlich viel später, aber, äh, heißt immer noch Still Testing Ja, Still Testing, genau, für, genau, für das Quartal Der erste Flug hieß It's a Test und jetzt ist es Still Testing Genau, und wenn sie dann dritten machen müssen, wahrscheinlich Need More Testing Irgend so was, ne Oder Testing the Revenge oder Jetzt wird geheiratet oder sowas The Testing The Testing Sehr schön, irgendwann kommt dann der Reboot Genau, The Test and the Furious Ah Gut, ja, ähm, auf jeden Fall Die, die Benamung wird doch, äh, langsam interessanter Ja Da muss man, da muss man, äh, SpaceX sicherlich einen Dank aussprechen Mit den, äh, mit der Benamung der, der Landeschiffe und so Gut, ähm Okay, ähm, damit beenden wir diese Folge Würde ich sagen Dann, äh, bedanken wir uns fürs Zuhören Wenn ihr Feedback habt, äh, gerne in die Kommentare oder auf Twitter Äh, und sonst, äh, unterstützt uns auf Patreon oder Paypal mit, äh, Geld Und, äh, wir sagen, äh, bis in zwei Wochen Bis in zwei Wochen Tschüss Bis in zwei Wochen Bis in zwei Wochen Bis in zwei Wochen Bis in zwei Wochen Bis in zwei Wochen